mein lieben freunde herzlich willkommen wir sind wieder unterwegs im ls 22 ich will gar nicht erzählen was passiert ist besser nicht sonst sonst gibt ihr mir echt die kugel leute was geht so ich hätte es geschafft alter anderthalb stunden anderthalb stunden habe ich meines lebens jetzt damit verballert dieses dieses update zu ziehen anderthalb stunden das darfst du eigentlich gar keinem erzählen wir haben viertel nach zwölf ich habe um viertel vor elf den livestream eigentlich starten wollen und dann ist mir aufgefallen dass ich ein update vergessen anderthalb stunden habe ich jetzt geworfen dieses update herunter zu ziehen es hat einfach nicht funktioniert ich habe dann jetzt gerade den gesamten ls 22 gelöscht also wirklich komplett deinstalliert alles runter gehauen ihn dann noch mal neu heruntergeladen und dann hat es endlich funktioniert ich hoffe zumindest dass es jetzt endlich funktioniert hat meine lieben freunde dürfte aber jetzt klappen ich habe jetzt einmal kurz das wildcard passwort reingehauen damit die die jetzt die wildcard hatten hier natürlich mitspielen können sie einlösen können leute ich glaube dass es funktioniert hat ich hoffe dass es funktioniert hat laut anzeige war es jetzt die 1.9.1 wenn nicht dann war es das dann höre ich auf dann mache ich nie wieder youtube nie freunde das darf es nicht sein gut kann jeder mal passieren ist wie jetzt passiert ich weiß was normale passwort rein ich gucke jetzt einfach mal ob irgend einer überhaupt joinen kann leute es tut mir echt leid dass wir so verspätet jetzt hier anfangen jetzt sind wir aber aber live leute wir haben jetzt viertel nach zwölf da fangen wir halt jetzt mit dem mais häckseln an ja natürlich saß ich jetzt hier schon anderthalb stunden hat hat dem rücken hat dem rücken alles andere als gefallen wirklich hat dem rücken alles andere als gefallen deswegen habe ich mich auch zwischendurch dann mal kurz hingestellt um den rücken ein wenig zu entlasten ich hoffe aber dass es wirklich jetzt funktioniert hat aber wenn jetzt immer noch keiner joint dann habe ich jetzt echt gleich gehoffnung verloren weil jetzt schreiben schon wieder die leute sie finden mein zurück das könnt ihr mir doch nicht antun das könnt ihr mir doch nicht antun warte ich gehe noch mal kurz hier das hallo giants wollte ich keine updates er hat ja selbst das gewerbeck geupdatet ich habe ja selbst das gewerbeil dlc das update rausgehauen so easy the relevant control ist raus somit haben wir wirklich hier nur cross play mods so weiter ich war mal volles so voller zugriff für alle so einmal server starten bobbel bitte jetzt hier ja tut mir natürlich leid so freunde jetzt support raushauen also klar wenn jetzt erst der spieler auf dem server ist dann haut ihr mal einen fetten support raus dann teilt ihr gerne mal den stream auf den sozialen netzwerken skiv dankeschön für dein abo herzlich willkommen eigentlich wollte ich heute richtig auf die kacke hauen ich hatte richtig baug ich wollte richtig auf die kacke mit euch schauen aber irgendwie hat es nicht wollen sein es hat nicht funktioniert dann wollte er das update bei mir nicht ziehen er hat es einfach nicht gemacht ich habe das update gezogen dann stand da nach dem upgrade immer noch eins punkt ja es geht eins punkt neun punkt null und ich denke mir so hä wieso steht der jetzt immer noch eins punkt neun punkt null obwohl ich auf 1.9.1 geklickt habe ja weil man braucht dieses update doch viele ziehen sich das update es ist ja auch es ist ja auch so gewollt dass ihr euch das update zieht denn das update bringt euch kostenlose neue inhalte es wird ja es gibt ja jetzt zwei neue traktoren im ls 22 sowie vier neue ballen pressen für rundballen und silage ballen natürlich und es waren ein paar hotfix vorgenommen es wurden diverse sachen geupdatet und nach wie vor heißt es natürlich mein freund erstmal ein herzliches willkommen ich warte jetzt erstmal kurz ob überhaupt alle joinen können ich kann das jetzt natürlich verstehen dass jetzt hier die sause vorbei ist ich hatte ja wirklich hoffnung so live stream weiß ich drei bis vierhundert leute vor allem wenn es ein xxl live stream ist also als open end dass ich einfach mir kein ende gesetzt habe weil ich selber nicht weiß wie lange wir machen aber das was dann jetzt so kommt dass da plötzlich das update nicht funktioniert hätte ich selber nicht gedacht ich habe auf jeden fall jetzt schon mal zwei spieler und legt sich dahin wir haben zumindest jetzt schon mal zwei spieler auf dem server deswegen habe ich die hoffnung dass es funktioniert so stulle herzlich willkommen irgendein mod sagt nein wird was für ein mod sagt denn jetzt schon wieder nein wie irgendein mod sagt nein das kann nicht sein ich habe hier zwei spieler auf dem server also eigentlich müssten alle mods ja sagen wenn ihr dann die mods installiert habt dann müsst ihr einmal das spiel neu starten damit er die als als update mit rein nimmt das ist ganz ganz wichtig also einmal das update ziehen und dann nimmt er das mit rein alter ist das ein karnevalswagen hier basti grüße dich schön dass du da bist moin sind so darauf der nächste also scheint zu funktionieren Hallo creeps herzlich willkommen schön dass du da bist Es scheint ja doch das sieht gut aus Dorfgen einverstellte modzleiter und reinkommen ich habe jetzt keine lust ich bin ganz ehrlich hier jetzt noch weiter zeit zu verlieren rein und zocken attila moin grüße dich natürlich Ich muss das jetzt irgendwie gucken wie wir das machen werden freue ich natürlich dass alle mit dabei seid grüße gehen raus in den chat der lucas hat in dem live stream schon hunni rausgehauen falls die die es noch nicht mitbekommen haben gerne wissen Wollten ich hatte ja schon den live stream gestartet und viertel vor elf und dann ist mir aufgefallen oh verdammt update vergessen ja und das update hat Jetzt anderthalb stunden gebraucht das hatte ich auch so noch nie ne hikes herz gekommen anscheinend sind meine 110 mitschaften schon weg weil viele wieder weiß und das kann gut sein lieber basti dass die dass die zeitraum ist okay konsole joint auch sehr gut nein ohne dlcs Die konsole joint auch jetzt a guck mal jetzt jetzt haben die leute die updates sehr gut Die sehr leute anderthalb stunden habe ich jetzt für das update und braucht jetzt haben wir es geschafft wir werden natürlich Regelmäßig durchwechseln jeder kann wieder mitspielen jeder kann sein spaß hier haben und jeder kann bei my sexy mitmachen freunde jetzt müssen wir erst mal zusehen dass wir das ganze hier hinbekommen und das schaffen hier so mayos grüße dich schön dass Das ist mal eine beleuchtung also wirklich der fällt auf ne der fällt auf Sehr geil der fällt wirklich auf okay pg luka ja klar luka du wolltest ja der roll card einlösen Du heißt pg luka bist du auf dem server da da ist pg luka natürlich na einmal hoch joinen dann kriegst du auch den rang Stulle bist du dir da ganz ganz sicher Hallo david grüße dich schön dass du da bist so alle auf den hof kommen So jetzt gebe ich luka mal kurz hier right card so lukas right card einlöser freue mich schon mal sehen was machst was ich mache Ja ich werde heute hier wunderschönes maizexen machen Ja bisschen demotiviert bin ich dass da das sage ich euch jetzt ganz ehrlich weil ich habe jetzt anderthalb stunden gebraucht dieses update zu ziehen Ich wollte schon seit anderthalb stunden Meisterm hexen sein klar ein bisschen demotiviert bin ich dann jetzt aber wir werden das jetzt hier durchziehen und Hier auch gerne weiter waren freue mich auf jeden fall dass ihr mit dabei seid herzlich willkommen na nico mir geht es ganz gut wie geht es dir Melvieh es gab ein update 1.9.1 Das selbst ich ich habe dazu ja sogar ein video gemacht ich habe es komplett vergessen Mit rein zu ziehen alter die beleuchtung tut echt weh ne Entschuldigung Dankeschön danke die beleuchtung hier die die tut echt weh ne ich glaube ich mache die besser nur an wenn wir wenn wir Wenn wir auf dem feld vom feld zurück fahren Hab kaum tank gemäxen ja wir haben doch BGA ist eine tankstelle so hat jemand abgesagt wenn eine weit kann habt ihr heute morgen auf disco schrieben du kannst Bist du auf dem server dann sollte das kein problem sein dass du die einlösen kannst ich muss jetzt mal gucken wo bursch dollar hinfährt ich habe keine ahnung Er steht erstmal auf der straße Freunde was geht ja herzlich willkommen in diesem wunderschönen samtstag normalerweise war geplant xxl live stream ich habe mich nämlich Ich habe nämlich heute sturmfrei also ich kann ich kann Entschuldigung Kann richtig auf die gäbe ich wie gesagt du hast keine thomas Oder du bist zumindest kein 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 wildcard einlöser weil du keine mitgliedschaft hast thomas Oder hast du eine geschenkt bekommen du hast dich nämlich nicht bei mir gemeldet weil jetzt bist du nicht mehr grün so freunde Ja ich wollte eigentlich xxl live stream machen Und so lange wie möglich nur irgendwie live gehen jetzt habe ich wie gesagt das problem gehabt dass um viertel vor elf ich live gegangen bin das update nicht da war Und jetzt ich versuche es natürlich jetzt Dranzuhängen ich hoffe Doch irgendwie dass es funktioniert deswegen wenn wir wir legen einfach mal los freunde freue mich auf jeden fall dass ihr mit dabei seid Ja natürlich irgendwo wo fährt er hin Hä Ist hier noch was Ach da ist noch eine ecke okay Bursch dollar bin unterwegs keulekollege ja moin Schön dass da bist gaming luka willkommen live stream also ich entschuldige mich natürlich bei allen hier dass das jetzt leider so lange gedauert hat weil hier Ähm etwas nicht funktioniert hat jetzt das update hat er jetzt gezogen jetzt bin ich froh darüber dass wir loslegen können und Und äh Dementsprechend werden wir jetzt hier einmal das mais hexen muss sagen ich finde die grafik gerade irgendwie sehr komisch Oder sieht die sah die schon immer so aus Ah ne moment habe ich mein shader an ich habe ein shader doch glaube ich gar nicht an Warte muss ich jetzt Äh wie war das nochmal alt f3 ne Okay doch ich habe ihn an Okay ich habe ihn an Okay das sah so komisch aus Naja okay felix servus landwirtschaft ist cool ein wunderschönen guten tag elias hättest du kommen schön dass du aber das ls gamer einen wunderschönen Schön dass du mit dabei bist bester mann der häxlerfahrer ja der hat auf jeden fall geguckt ne Manche haben vielleicht kein disco und dann melden die sich nicht und dann wenn sie weiß sind wollen sie eine aber keine mitgliedschaft Ja die wie gesagt discord oder instagram immer Bin ja sogar noch mitglied bei dir einwandfrei komme natürlich auch noch dazu braucht dich dann bestimmt wieder als abfahrt kriegste keulekollegen kein problem Dankeschön auch für deine mitgliedschaft vielen dank für die treue david ein wunderschönen schön dass du da bist ja ich muss Ich wirklich recht herzlich bei euch für eure geduld bedanken Ist ein bisschen doof gelaufen hat nicht wollen sein aber für die die jetzt diese geduld bewiesen haben vielen dank dafür Schön dass ihr mit dabei seid echt geil von euch hallo dirk guten tag herzlich willkommen schön dass du da bist Hallo alex der farmer moinsen also freue ich mich auf jeden fall sehr drüber und deswegen heute sturmfreie bude klar mein hund ist dabei Muss hier und da bestimmt mal eine runde gassi gehen machen mal gucken wie lange wir jetzt einfach machen daumen bis oben david dankeschön fürs like schön Ja dorfkind dann kommst du gleich wie gesagt es kam ja leider alles anders geplant Wenn ich die teuerste mitgliedschaft nehme bekomme ich nun trotzdem eine wildcard ja merkel maria also wenn du die teuerste nimmst Jede mitgliedschaft die ein rang höher ist hast du die vorteile von der mitgliedschaft davor sowieso mit drin Das heißt wenn du jetzt loner wirst hast du die anderen vier sachen auch mit drin wenn du jetzt landwirt wirst hast du die zwei sachen davor Also der praktikant und der azubi ist da automatisch mit drin Jedes mal die stufe höher Hast du die möglichkeit weiter zu machen timos grüß dich johon sen herzlich willkommen live stream Dankeschön ina wann ist wechselmarkt wir haben gerade erst angefangen wir machen den wechsel so in einer halben bis dreiviertel stunde müssen wir mal gucken Wie genau wie das jetzt hier durchziehen werden alter das ist die richtige bübbel maschine Warum wurde stream neu gestartet silva weil das update nicht funktioniert hat ich musste jetzt anderthalb stunden wirklich anderthalb stunden jahren gamer moin anderthalb stunden das update ziehen anderthalb stunden hat das jetzt bei mir gedauert Chris steht einfach mal mitten auf der straße für mich war das lange warten gut musste doch noch duschen war noch pünkt ja perfekt basti Das läuft doch sehr gut ja jared ausrufezeichen mitspielen Ey du wolltest mich doch reinlassen jetzt fahr auch du dödel Muss ja glaube ich mal meine right card haben sie da immer noch nicht so durch Äh ja du bist ja landwirt ne moin philip grüße dich du bist ja im rang landwirt ne eistee könig moin sen herzlich willkommen schön dass du da bist willkommen live stream Allerdings ist schon geil also ich muss sagen das ding ist ist wirklich Es hat was muss ich sagen jeder chris braumann abfahrer ne chris ich komme sofort zu dir du bist übrigens auf einem feld wo kein mais mehr wächst was warst du da chris Ja ein bisschen chaos haben wir leider noch auf dem server die leute müssen anscheinend erst mal hier reinkommen ich muss sagen mit meinem hier fall ich auf jeden fall auf Ne hallo paul moin also da kann sich keiner vertun das dingen fällt auf ne Das dingen fällt auf thomas benimm dich ansonsten gibt es ein permabahn ich bin jetzt gerade leicht gereizt Vor allem wenn man sich über so gewisse dinge aufregt über die man sich doch gar nicht aufregen muss ich meine jetzt euch damit Ne also der ein oder andere ich war natürlich die ganze zeit hier im chat dazu warum Landwirtschaft und technik herzlich willkommen das ist die ostseeküste schön dass du da bist Wir machen jetzt mal kurz hier das silo voll und dann geht es rüber zu unserer eigens gebauten bga Fubus ist ja auch noch gerade am voll tanken also da gibt es ja auch noch gleich einen weiteren hexe also wir haben auf jeden fall genug zu tun Hallo ole moin grüße dich schön dass du da bist willkommen live stream Vielleicht stellt bei chris nicht die map und steht noch mais warte ich kann mal kurz gucken Keule da wir auf ps4 also mit crossplay spielen selbstverständlich Ich kann mal kurz gucken Ah er hat hier den unteren teil also ziel ist eigentlich sich heute mal hier nach oben zu arbeiten dass wir die ecke mal wegbekommen Oder wir gehen mal hier unten in die ecke das ist mir eigentlich relativ Relativ egal wir dürfen uns da wirklich also ihr dürft euch gerne frei austoben Hauptsache wir haben spaß bei mysex und freue mich über 200 leute dankeschön wir brauchen noch 130 abonnenten ich hatte ja die ziele erzählt hier wir wollten ja heute versuchen mal die 51.000 voll zu machen Natürlich freue ich mich über jedes update der besten community es ist es kommt natürlich auf euch drauf an Auch support ist gerne gesehen kostet keinen müden cent und Könnt ihr gerne machen wenn ich beim wechsel drauf kommen können wir das dann so machen dass ich meinen right card einlöse wenn nicht ist das auch nicht Kannst du machen kriegt man irgendwas außer die sticker als praktikant praktikant ist ja der kleinste rang silver 99 cent im monat Da bekommst du den discord rang das heißt auf dem discord wirst du als mitglied behandelt Das heißt rot auf strich dankeschön fürs abo Das heißt grüner name damit du auf dieser bisschen mehr auffällst dass du supporter bist und du bekommst zugang zu einem chat wo Zu einem chatraum auf unserem discord wo nur kanalmitglieder rein dürfen Machst du eigentlich noch mal ein duel der farmer wie damals im 19 wir hatten im 22 das duel der farmer ist aber dann Ja es ist es ist sagen wir so es ist es ist extrem auf der strecke geblieben leider Das ja wir haben wir haben es leider nicht weiter durchgezogen wir wollten eigentlich noch mal neu anfangen weil uns hat die map nicht so ganz gefallen aber Seitdem hat sich da einfach leider momentan nichts ergeben sage ich mal aber wir schauen mal wie das ganze jetzt weitergehen wird Wie genau kann ich euch jetzt noch nicht versprechen So was ist mit dem dritten hexer ist der jetzt langsam mal voll der steht ja in der bga Und wird hier einmal vollgetankt deswegen müssen wir jetzt mal gucken Ansonsten muss ich mal kurz hier stehen bleiben Habe ich gar nicht mitbekommen ist ja ja keule kein problem viel arbeit Hat es ja glaube ich in der letzten zeit auch viel zu tun bisher viel mit dem lu da unterwegs auf deiner arbeit da Da gibt es ja immer was zu tun So weil der hat ja da Der hat gerade nur einen abfahrer ja gut dann passt das ja dann kann ich ja mal kurz hier in das feld reinfahren Der hat jetzt gerade hier nur einen abfahrer ich hatte gesagt der hätte mehrere Na doch der hat da der hat da drei zwei abfahrer moris hätte ich bekommen Alles klar Basti sehr gerne So jetzt muss ich mal kurz hier gucken Die sind jetzt einmal hier warte mal wo sind wir denn jetzt hier ach hier 40 Ah ich stehe bei 41 okay ich stehe hier bei 41 Und die sind ja hier bei der 40 gerade die werden jetzt die Ecke weghexeln Dann könnte man eigentlich hier die 43 machen mal schauen Der dritte häxler was ist damit ist der ist ja schon unter wird man ist ja schon unterwegs Der dritte häxler schon auf philip was geht Dankeschön ach die sind hier Die sind hier 1 2 3 1 2 3 1 2 Krass doch so viele abfahrer hier philip was geht vielen dank für deine 2 euro Für meine frau dankeschön dafür So mal hier einmal aufs feld wir werden heute vielleicht aber ist es ultra nass da Als gestern durch ging hat dann ist natürlich nicht so gut Alles klar dann gemacht das Dankeschön moris freut mich schön schön dass es dir gefällt auch wenn das letzte video plötzlich Nach der hälfte der ton weg war ne Ist mir ja leider ein kleines ja ein kleines malheur passiert muss ich sagen Aber wir machen das beste mal draus ne grundsätzlich war das ja die idee Einfach mal um herauszufinden ob ihr auch wirklich meine videos bis zum ende schaut ne Der eine häxler fährt voll durchs feld und nicht außen voll durchs feld Ja gut solange die bahn hier dann gleich mitnimmt ist doch kein problem der wird gerade bahn ziehen Da geht es ihm drum denke ich mal dass er erstmal gerade bahn ziehen wird ne Darf ich bga meister sein du darfst dich gerne auf der bga austoben das sollte kein problem sein Und dann werden wir wieder regelmäßig durchwechseln So Yo Daniel Daniel sorgt für gute stimmung hier Daniel wo ist die chat nachricht mit kleine spende Daniel vielen dank für deine hilfe Vielen Dank Leute wir sind bei 75% Jarl-Werner Moinsen 75% Daniel vielen dank Für deine 10€ Dankeschön für den Troll Song und Dankeschön gegenüber meiner Frau Sehr sehr Geil von dir Schön dass du mit dabei bist Und Dankeschön dass du unterstützt Wahnsinn Leute Wahnsinn Das ist echt der Wahnsinn Muss ich Ich muss einfach sagen wie es ist Kannst du auch mal Pistenraupe fahren Ina kann ich später gerne mal ausprobieren Dass ich auch mal Auf die Pistenraupe gehe So was ist denn hier los 206 Leute sind mit dabei Momentan ist es Wirklich Sehr sehr ruhig geworden Hier auf dem Server Ich weiß nicht warum Ich weiß nicht woran es liegt Vielleicht haben wirklich viele was zu tun Vielleicht sind Ähm Viele unterwegs Waffelbande Wer macht denn hier Eigenwerbung Wer macht denn hier Eigenwerbung Waffel Kannst du mal Pisten Waffelbande Hier hat doch keiner reingeschrieben Dass er Eigenwerbung macht Oder habe ich jetzt einen überlesen Normalerweise Ist ja dann Meine Moderatoren Sind dann normalerweise dabei Und Sehen zu Dass sie die Leute Rauskicken Ich sehe keinen Ah warte ich habe noch Top Chat Moment ich muss ja auch den Live Chat Moment Hat einen mit Eigenwerbung Ich sehe hier keinen Hallo Kai Grüße dich Hallo Nick Sollte ich den Platz kriegen Nutze ich meine Wildcard Bevor ich wieder selbst auf dem Box sitze Alles klar Kein Problem Echt Waffelbande Wo Ne jetzt mal ernst Ich sehe hier keinen Ich sehe hier keinen Im Chatraum Der gerade geschrieben hat Kommt mal auf meinen Kanal vorbei Hallo Piggy VlogsFans Moin Grüße dich so Jakob ist so gut wie voll Danach ist Stefan Und dann bin schon ich Ey Philipp Was geht denn bei dir ab Dankeschön Philipp Danke Echt Waffelbande Okay ich habe es nicht gesehen Hab gar nicht gesehen Dass es für deine Frau ist Aber dann gibt es natürlich noch was Dankeschön Dankeschön Philipp Grüße gehen raus auch an dich Dankeschön Meine Frau freut sich darüber Danke dafür Ja wir haben momentan Ein privates Anliegen Wenn ihr Infos dazu haben wollt Macht mal Ausrufezeichen Spendenziel Und dann klickt ihr einfach mal Auf den Link So Piggy VlogsFans Yo was geht ab Daniel Vielen Dank für 5 Gifted Subs Dankeschön Ein Gruß geht raus An Daniel Und herzlichen Glückwunsch An alle die gerade Eine Mitgliedschaft Vom Lieben Daniel Geschenkt bekommen Dankeschön Daniel Dafür Guck mal Lorenz Hier sogar Kriegt eine Von Daniel Und hat dadurch Den zweiten Monat voll Das ist natürlich Auch sehr geil Das ist natürlich Auch geil Der Lorenz Kriegt eine Mitgliedschaft Geschenkt Und hat dadurch Den zweiten Monat voll Ja so kann man Sich auch den zweiten Monat ergattern Mein Glückwunsch An euch Und Dankeschön Daniel Für deine 5 Gifted Subs Hallo Victoria Herzlich willkommen Sehr geil Sehr 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 Vielen Dank dafür Super Aktion Mal wieder hier Vom Daniel Schön dass du mit dabei bist Daniel Und Dankeschön Auch für deine Hilfe Auch Diese Subs Geht alles an meine Frau Na damit wir das Spendenziel voll bekommen Damit meine Frau Wie gesagt Die erste OP Ist ja jetzt Soweit gelaufen Es ist soweit Alles gut gelaufen Die zweite Muss jetzt Ungefähr Sechs Wochen Ich glaube Vier bis sechs Wochen Muss Ich meine Vier bis sechs Vier bis sechs Wochen hat sie mir erzählt Müssten jetzt Dazwischen liegen Dass sie dann Die zweite Machen darf Jetzt haben sie Erstmal die Seiten gemacht Wunderbar Leute auf jeden Fall Also Vegagroßes Dankeschön dafür Ich möchte jetzt Natürlich nicht zu viel Davon erzählen Weil wir versuchen Das immer so ein bisschen Privat zu halten Aber wie gesagt Das Ding ist durch Die erste Es hat wunderbar funktioniert Meiner Frau geht es gut Meine Frau hat sich gut Bostolla fährt einfach weiter Meine Frau hat sich Bis jetzt super erholt Ihr geht es Auf jeden Fall Besser Und jetzt in vier bis sechs Wochen ist dann die Zweite Und dann wird entschieden Ob es noch eine dritte Geben muss Aber so wie es wohl aussieht Ja Aber die erste war Auf jeden Fall schon Top Muss halt jetzt alles Abheilen Ist noch ein bisschen Geschwollen Ist noch ein bisschen Alles blau und dick Sie sagt aber auf jeden Fall Dass sie zumindest In den Stellen Wo jetzt schon mal Was abgesaugt wurde Wo es auf jeden Fall Schon nicht mehr schmerzt Und da bin ich euch Mega dankbar für Leute Also wie gesagt Die erste ist rum Falls ihr euch da die Fragen stellt Die erste OP ist durch Mega großes Dankeschön Leute Meine hundertste Mieter sind weg Piggy Frogs Und an dem Tag Wo ich welche Gebieter habe Habt ihr auch eine bekommen Und er hat jetzt eine bekommen Ja Okay Basti Dann Ja Okay Ist das so Wie kann ich euch Das besten Am besten persönlich Konzentrieren Geht um ein Problem Ich war Ich war Silber Ein Krone Member Und Nick Welches Problem Am besten hier im Chat Wenn es nichts privat ist René Herzlich willkommen Mein Bro Wusste nicht Das von deiner Frau Wie viel kostet eine OP Insgesamt Sehe gerade nur 75% So eine OP Kann bis zu 8000 Euro Kosten Wir haben jetzt Gott sei Dank Nicht diese 8000 Euro Gezogen Aber Sie kann Also ihr könnt das gerne Im Netz nachgoogeln Das ist ja kein Geheimnis Sie kann bis zu 8000 kosten Und das Problem ist halt Aufgrund des Stadions Übernimmt die Krankenkasse Keinen müden Cent Wir haben jetzt ein Jahr lang Mit der Krankenkasse diskutiert Sie meinten Das wäre noch nicht schlimm genug Meine Antwort war dann Nur darauf Okay ich melde mich dann Wenn meiner Frau Die Beine anportiert werden Weil es einfach schmerzhaft Nicht mehr geht Das haben die dann Nicht so lustig gefunden Aber ich war Sowas von Angeflippt Weil man ein Jahr lang Kämpft Man investiert viel Geld In eine Krankenversicherung Und dann Hilft man einem nicht dabei Und das ist das Was das Problem war Und dann Habe ich halt mit meiner Frau Gesprochen Und sie gefragt Hör mal Kann ich meinen YouTube Kanal Als Reichweite nutzen Und einfach mal fragen Ob ihr das unterstützen würdet Ich glaube 95% haben gesagt Auf jeden Fall Man fühlt sich ja Oder man muss sich ja Nicht dazu verpflichtet fühlen Etwas zu spenden Es ist ja nach wie vor Eine freiwillige Sache Und die Community hat es wirklich Sehr groß Und mit offenen Augen Und Händen angenommen Und da bin ich euch Mega dankbar Dafür Und Ja Seitdem Können wir dafür sorgen Dass wir Ja ein schmerzfreies Leben Ja bewerkstelligen Ich versuche natürlich auch Über meinen Privatjob So viel wie möglich An Seite zu legen Ist halt schwierig In der heutigen Zeit Ihr wisst ja selber Gas ist teuer geworden Strom ist teuer geworden Die Mieten werden ständig erhöht Dann Muss man ja dieses ganzen Unterhalte bezahlen Also nicht Unterhalte Doch bei so Wohnungen Sowas wie Müllabfuhr Gartenpflege Und Das wird ja alles Nach oben gepusht Die Lebensmittel Sind teuer geworden Und Dementsprechend versuche ich natürlich Auch alles irgendwie An Seite zu legen Was nur geht Aber es war einfach Nicht ausreichend Und deswegen bin ich So mega dankbar Darüber Dass Ihr mir da so So tatkräftig Ähm Unter die Arme greift Also wirklich Leute Vielen vielen Dank Liebe Grüße gehen raus Und das war das Was ich eigentlich In dem Video erzählt habe Was ab der Hälfte Ohne Ton war Das war unabsichtlich Ohne Ton Ich hatte eigentlich Genau In Ähm In dieses Video Am Ende Dann halt noch erzählt Dass ich euch So dankbar dafür bin Dass ihr da So helft Jakob Querfeld ein Ähm Dass ich euch Da so mega dankbar Für bin Hab schon wieder Eine Mitgliedschaft Bekommen Was ist der Besser Tracker Im LS22 Äh Für mich persönlich Das deckt Die Klaas Sonderedition Mein Account YouTube Premium Und hat Probleme Mit Zahlung Durch mein Provider Wie ein Hm Was Wie ein Rischlock Ist Und dabei habe ich alles Vorhin Ich denke Es ist nicht mehr Zurückzuholen Oder Ich weiß leider nicht Nick Was du meinst Wie dein YouTube Premium Ich Keine Ahnung Nick Ich weiß nicht Was du meinst Ich bin nicht YouTube Da müsstest du YouTube anschreiben Joe Herzlich willkommen Eine Kumpeline Von mir hat auch Lipidem Ihr macht es auch Zu schaffen Ja Wie gesagt Und die Krankenkasse Ja Nö Das ist noch nicht Schlimm genug Also ganz ehrlich Leute Ich finde es eigentlich Schon Schon zu schlimm Wenn die Frau Auf der Couch sitzt Und sagt Es tut weh Also meine Frau Konnte mit ihren Beinen Einfach nicht auf der Couch Sitzen Ohne zu sagen Es tut gerade weh Und da finde ich Eigentlich Da muss jemand Helfen Aber nö Das machen sie einfach Nicht Nö Mehr Kill Kein Problem Alles eine freiwillige Sache Ja das war eine tolle Idee Fand ich Deswegen hab ich auch viel rausgekommen Nur deswegen Basti Viel lang dafür Wirklich Wieder Wieder da vom Essen Hat jetzt alles zu beklappt Ja Kenplugs Jetzt läuft es mittlerweile Das ist kein Problem Waffe Und du musst dir auch nichts spenden Das ist eine absolut Freiwillige Sache Dennis Herzlich willkommen Philipp Moin Richard Moin Hannes Das ist die Ostseeküste Sehr 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 geil Vielen Dank Fürs Einschalten Leute Ja Ruhiger und entspannter Stream würde ich sagen Aber ja gut 900 Abos sollten drin sein Er lässt circa Moinsinn Weil es ist ja auch so eine Sache Wenn ihr einen Chat schreiben möchtet Da müsst ihr mindestens Abonnent sein So Also wenn ich jetzt Nick Weiß nicht Wenn ich jetzt so richtig verstanden habe Dein Account wurde geklaut Oder gehackt Oder Hattest du eigentlich einen anderen Account Ach Dieses Fotografie war das Ah Moment Und da hattest du eine Mitgliedschaft Oder wie muss ich das jetzt verstehen Und der Account ist weg Oder was genau ist da jetzt passiert So ich freue mich gleich schon Die neue BGA zu füllen Wir haben ja hier Eine Eine relativ Große BGA gebaut In Eigenregie Habe ich hier mal wieder was fertig gemacht Das werden wir gleich machen Okay Nick Da kannst du eigentlich YouTube anschreiben Dass die dir den Account wiederholen Du musst halt nur ein paar Beweise liefern Dass es dein Account ist Wenn du da jetzt zum Beispiel Deine Adresse oder so hinterlegt hast Oder Deine besondere E-Mail Du hast ja so Zweifachverifizierung glaube ich Heißt das ja Wenn du das alles so Wiederlegen kannst Dann dürfte das Eigentlich wiederkommen Man zahlt die Krankenkasse Und dann wird bei einem nicht geholfen Ja So sehe ich das Tobias Genau Du zahlst halt viel Geld In der Krankenversicherung Aber bei sowas wird einem nicht geholfen Und das finde ich einfach alles andere als gut Warum hast du so wenig FPS Wieso wie viel habe ich denn Wo siehst du wie viel FPS ich habe Leon Ah Philipp Jetzt hör auf Dankeschön Vom Herzen Liebe geht raus Kuss auf die Mund Ne Kuss auf die Schnüsse Vom Herzen hoffe es geht ihr bald besser Dankeschön Philipp Danke 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 Sehr 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 geil So was haben wir hier Das Ding ist auf jeden Fall gleich voll Dann können wir auf jeden Fall gleich In die große BGA rein wechseln Das ist schon mal sehr gut Dankeschön dafür lieber Philipp Vielen Dank Für deinen Support Das so ist jetzt auch Beide Stühle sind hier schon umgekippt Also die stehen auch schon nicht mehr Äh Ja Hm Wunderschöne Deko Effekte ne Philipp Alles was Beine hat ne Kennst du doch Wie geht es dir Schön dass du mit dabei bist Verdammt Jetzt habe ich meinen Kuchen vergessen Aber ich habe mir extra Kuchen gekauft Verdammt Ich habe mir extra Kuchen gekauft Hier das ist der wunderschöne Klaas Mit Mitas Oh Server war noch gar nicht voll Auch gut So Habe ich jetzt eigentlich zwei Wildcats Hast du die ersten nicht schon eingelöst Das Objekt Slippium wurde geändert Auf 2,6 Das heißt jetzt kommt PC Äh Konsolenspieler ne Der Stream läuft nicht so ganz flüssig Okay Also ich habe 6500 Kilobits Mit denen ich übertrage In 60 FPS Ausgelassenen Frames Sind null Und die CPU Sitzt auf 1,7% Auslastung Also eigentlich Dürfte alles laufen Ruckelt der Ist deswegen so wenig los Weil der Server Weil der Stream ruckelt Und nie jemand Bescheid gibt Dass wenn er ruckelt Ne Hat den LS22 Und ich kriege den 23 Achso Ich wollte sagen Also eigentlich sollte der Stream ohne Ruckeler laufen Das sollte eigentlich gar keine Probleme machen So wie sieht es jetzt hier aus Sie sind Wo sind sie Da vorne sind sie Okay Bin der der gerade joint Kriege ich gleich die Wildcard Rang Auf dem Server Mache ich Als Group Bro Macht mich richtig traurig Das zu hören Aber ich finde es gut Dass die erste OP gut verlaufen ist Aber höre jetzt auch Davon auf zu reden Habt viel Spaß Mit der Hexe Mache ich Dankeschön Also hier ruckelt rein gar nicht Nö Bei mir auch nicht Also bei mir wunderbar 1080p 60 FPS Bei mir Bei mir genauso So Moinsen Thomas Hättest du gekommen Schön dass du auch noch mit dabei bist Ja Leider ein bisschen verspätet Aber ich bin da Also es ist sehr flüssig Nur es fühlt sich an Mit der Geforce Grafik Ja Aber mit der Geforce Grafik Ist doch gut eigentlich Also so nutze ich das ja Hansa Mike Herzlich willkommen Ich bin ja hier mit Geforce Experience Unterwegs Eben um Eine bessere Grafik zu haben Also sollte eigentlich Alles funktionieren Ich finde halt auch den Case Sehr geil Ne Das ist ein Case Case Magnum Special Edition Wie gesagt mit Flackernden rundumleuchten Und alles Alles was das Herz hier begehrt Was soll ich machen Wenn die ganze Zeit Kein Download Server Erreichbar kommt Wo ist das Bier Hast du den Alice Nochmal Komplett Neu Installiert Ich musste das nämlich auch so machen Du warst Ränke Ne So Also du hast ja über die Geforce Und wenn du das raus machst Finde ich ruckelt das auch nicht mehr so Nur dann sieht es kacke aus Okay also It's NCS Bei uns ruckelt gar nichts Das heißt es könnte sogar An deinem Video liegen Also dass du eventuell Einen zu schwachen PC hast Um das sauber zu übertragen PC sei es Muss ja nicht ein PC liegen Kann auch an der An deiner Netzwerkverbindung liegen Ich weiß ja nicht was du für eine Leitung hast Was nein Das sind verdammte 13 GB Dann weiß ich es leider nicht Großbauer 30 Monate Thomas Sehr Nico da musst du die erweiterten Einstellungen öffnen Wenn bei euch der Stream leicht verpixelt ist Dann müsst ihr die erweiterten Einstellungen öffnen Und dann auf 1080p umstellen Aber es ist gar kein Problem Passt mal auf Leute Ich verballer gerade jede Menge Netz Weil ich bin ja selber live So ich geh jetzt mal an mein Handy Mach mal den Chat hier weg Mach mal ein Großbild Und dann schau ich mal Die Leitermittel normalerweise auf dem Hof So Einstellungen 720p Nein erweitert 1080p So jetzt läuft es bei mir auf 1080p Auf dem Handy muss ich sagen Also normalerweise Meine Güte Was? Das ist keine kleine Daniel das ist doch Ey du bist der Wahnsinn Eine kleine Spende Wahnsinn Daniel Dankeschön So warte ich mach mal kurz so die Einstellungen Daniel was geht ab bei dir Vielen 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 Dank Zack 76% Dankeschön für deine Hilfe Ne also bei mir ruckelfrei Ich bin die ganze Zeit gerade am fahren Ne also selbst bei mir Absolut ruckelfrei unterwegs Daniel Du bist der Wahnsinn Aber war das Beim Meltzer war das schon eine große Du bist doch der Wahnsinn Daniel macht zwei Nullen weg Dann kannst du es vielleicht eine kleine nennen Das ist der absolute Wahnsinn von dir Sieh sie finden hier auch direkt 100 Euro gleich klein Ja Wahnsinn Wahnsinn Leute ein Herzensbärme An den lieben Daniel Dankeschön für deine Hilfe Wenn der Daniel heute so weitermacht Dann macht der das Ding hier heute alleine voll Dann könnt ihr mir aber glauben Ist vorbei für mich Dann ist hier Auf jeden Fall vorbei Sehr 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 geil Vielen 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 Dank An den lieben Daniel Joe Ausruf Soll ich mitspielen Also reicht eine RTX 3060 Ti Hab eine 60k Leitung Okay das ist auf jeden Fall top Also ich hab eine 2070 Super Und eine 100k Leitung Tjo Ben Moin Und grüße gehen raus Schön dass du da bist So Servus Thorsten Herzlich Willkommen Wann ist der Wechsel Thomas Der Wechsel ist Ja gleich Geduld Müsst ja jetzt erstmal wieder hier Ans Laufen kommen Wir haben ja verspätet angefangen Liegt es vielleicht daran Dass ich nicht zu über Handy schaue Wie gesagt Bei mir am Handy Sah es eigentlich gut aus Ich denke mal Dass es am PC Oder am Tablet Noch besser sein wird Vermisst es sehr LS zu zocken Warum spielst du selber nicht mehr Philipp Keine Zeit Keine Lust Aber stimmt mit der Ausbildung Und allem drum und dran Sollte das schon Man muss das irgendwie alles Unter einen Hut packen Und das ist wahrscheinlich Nicht immer möglich Könntest du nur als Frage Auch 2K streamen Oder würden wir das dann Rumbacken Wie 2K Wieso denn jetzt 2K Ne ich könnte ja In WQHD streamen Aber Habe ich wieder nicht Also ich könnte ja Ich glaube die nächste Stufe Von 1080p Sind 1440 Dafür bräuchte ich Aber Diese Elgato Glaube ich Ist das ja Die hatte ich mir ja mal Auf meine Wunschliste gesetzt Ich glaube das ist die Elgato Momentan ist das aber Einfach nicht drin Alles was ich an Geld Überhabe Gebe ich meiner Frau Damit die ihre OP machen kann Ich kann euch noch sagen Wie es ist Also das was sie durch ihren Job Verdient reicht hinten und vorne nicht Das reicht so gerade mal Also bei ihr bleibt nicht viel hängen Also wirklich Das ist jetzt Real life Leute Das ist tatsächlich so Deswegen Also momentan Werde ich mir auch keine Inhalte für meinen PC Und so kaufen Meine Frau ist mir da wichtiger Als mein PC Ne Keine PS4 mehr Arbeit ja mittlerweile Als Dachdecker Nebenbei Freundinnen und so Treffen Freunde Zu wenig Zeit Also habe ich die verkauft Achso Achso Du hast die ganze PS4 weg Okay Achso Hm Ja gut Wenn sie nur da steht Und ein Stopp Ich bin auch im überlegen Meine zu verkaufen It's NCS2 auf jeden Fall Eventuell noch eine dritte Muss man einfach mal schauen Ne Das entscheidet sich Nach der zweiten Ob noch eine dritte Dazu muss Kann aber gut sein Ne Das Problem ist halt Du musst dieses Lipödem Komplett entfernen Aus allen Körperteilen Sonst könnte es nämlich sein Dass es wiederkommt Wisst ihr was ich meine Ne Es könnte sein Dass das sonst Wiederkommt Wenn man es nicht Komplett und vollständig Entfernt Dann könnte es sich Wiederentwickeln Und dann Ja Hast du natürlich Die ganzen OPs Für Für umsonst Ne Das wäre Muss ich sagen Ja Nicht der Sinn davon Ne Ich werde mir Nächste Zeit An PC zulegen Sehr geil Keule Hallo Kevin Ich habe meine PS2 3 und 4 Für gutes Geldverkauf PS2 Die hätte ich behalten PS2 Ey guck mal Wart mal noch 10-15 Jahre Was meinst du Was die dann wert ist Kevin ganz gut Wie geht es dir Schön dass du mit dabei bist Was würde passieren Wenn sie es nicht machen Also sie kann nicht sterben Aber sie hätte halt Immer wieder die Schmerzen Ich sage ja Sie konnte bis vor kurzem Jetzt mittlerweile geht es ja besser Durch die erste Sie konnte bis vor kurzem Einfach nicht auf der Couch sitzen Ohne dass es weh getan hat So John Deere fährt Justin Vorbildlich Hat mich vorgelassen Weil er gesehen hat Dass ich noch nicht voll bin Ich habe meine Playstation 4 Bei einem Brand verloren Das ist auch ärgerlich Aber hauptsache euch Geht es doch gut Ich habe noch eine PS1 zu Hause Läuft du dir Wie viel willst du deine PS4 haben Naja Mit Autogramm würde ich sagen 1000 Euro oder So wo ist er jetzt hingefahren Hä Wo ist er denn jetzt hingefahren Moment Ich muss mal kurz in den Chat gucken Wo ist er hin Wo ist er hingefahren Ach Hier fällt eins noch den Rest Ja ja ich komme Ich muss nur kurz die Feldeinfahrt gucken Suchen Du bist ja querfeld eingefahren Thomas habe ich dir schon beantwortet Es hat nachts um 4 Uhr angefangen zu brennen Ich sage ja Hauptsache euch ist nichts passiert Kann ich ja auch einfach besuchen Das ist besser als Autogramm Ne danke Ah alles easy Ich biete 2000 mit Autogramm Verkauft Alles klar bitte überweisen Nico Servus Herzlich Willkommen So Wir haben nämlich hier noch Reste stehen Guck mal hier steht sogar auch noch ein bisschen was Das ist krass Okay Das ist unser Feld Was anscheinend übergeblieben ist Perfekt Perfekt Ja gut Dann gucken wir das hier auf jeden Fall noch fertig machen Wir müssen jetzt einmal kurz da runter fahren Michaela Ausrufezeichen Ah Lukas kommt mir entgegen Lukas setzt einfach an Alles gut Ich fahre hinterher So Welch mehr ist das? Monster Goblin Das hier ist die Ostseeküste Habe ich schon Das gibt es aber jetzt nicht als Video Tut mir leid Also als Video wird es das so grundsätzlich nicht geben Dass ich euch in dem Video mein Zimmer alles zeige Aber es gibt auf Instagram ein Bild unter anderem Alles klar Okay Philipp Ich bin gespannt Hoffen wir mal das Beste für das neue Auto Ja bis der TÜV uns scheidet Sagt man immer Achso ich könnte eigentlich schon mal hier wieder Clubmusik Markus dann fehlen dir wahrscheinlich noch Mods So Ich darf nur wieder nicht zu weit hier vorfahren Lasst mir ein großes Feld über Ach Keule Weiß wie viele Felder wir hier noch haben Das ist ja das krasse Das ist Das ist halt das geile an der Ostsee Du hast hier verdammt viele Und vor allem auch verdammt große Felder Da kannst du dich todhexeln mit Ich folge dir auf Instagram Maurice Dankeschön für den Follower auf Insta Sehr schön Schön dass du mit dabei bist So 90% Ja du tüft nervt Aber wenn man einen Dachdecker fürs Wunder brauchst Sag Bescheid Ich muss mich nicht um das Dach kümmern Ist nicht meins Sehr geil So ich bin schon wieder voll Ne ich bin erst Habt ihr Auszug gesehen Und find es nicht Joe Ausgutzeichen mitspielen Da hast du auf jeden Fall Server Name und Passwort Und dann musst du darauf achten Dass du durch die richtigen Suchbegriff hast Sehr geil Kevin Okay So ich werde wahrscheinlich einmal rumfahren müssen Weil irgendwo hier vorne Wird es glaube ich Keine Feldausfahrt geben Weil hier direkt das nächste Feld angrenzt Warum ist am Vorgewende die Mulchtextur Und sonst nirgends Äh keine Ahnung Ich weiß nicht genau was hier passiert ist Weiß ich nicht Ob das durch den Server Neustart Oder vielleicht durch Ja klar Basti guten Hunger Vielleicht auch durch Ähm Das Neuinstallieren passiert ist Oder so Ich kann es dir echt nicht sagen Ich weiß es nicht Mein Auto ist wahrscheinlich reif für Afrika Und mein Quad macht seit gestern Zicken Momentan geht alles auf kurz oder lang kaputt Was ich mit Händen und Füßen berühre Okay Kannst du mich bitte nicht berühren Ja Ich möchte noch ein bisschen Krass Julian Hallo Dennis So kein Hier ist keine Ausfahrt Hier ist gar keine Ausfahrt Mann ihr hättet hier mehr Ausfahrten einbauen sollen Die Ostseekülse soll eigentlich eine viel kleinere Map werden Aber jetzt sind es ja mal sehr glücklich Dass sie groß ist Ja ich finde es gut so Hier ist keine Feld Äh Wir müssen tatsächlich hinten rumfahren Ja ich hatte das auch schon mal Wenn wir jetzt das schon zum Thomas ansprechen Also Thomas bei mir auch Ich Bei mir ist auch Damals schon so viel kaputt gegangen Wo ich mir dachte so Hallo warum passiert das denn jetzt ausgerechnet mir Das geht auch wieder vorbei Dann reparieren sich die Sachen Dann kann man es vielleicht wirklich selbst reparieren Oder man muss es austauschen Aber auch das ist dann halt mal Irgendwann vorbei Ne So hier war doch jetzt irgendwo Da ist er So Elias hätte sie kommen Nein kann er nicht Kevin Das geht nicht Chesteria Einlein B-Track Baujahr 1972 Sehr geil Das ist geil Das ist eigentlich heute Heute ist Samstag Warten wir heute ist Samstag Heute im Mund Warten wir Samstag 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 Heute ist Samstag Ich finde es voll unentspannt Zuzuschauen mit diesen rundum leuchten Thomas macht die Augen zu Also ja es ist eine kleine Diskur Ich gehe mal kurz Ich fange mal kurz im Shop Hallo der Jonas Grüß dich Also heute ist Samstag Ich muss ja überlegen Was wir jetzt noch vor hatten Heute häckseln Morgen Morgen ist Sonntag Morgen haben wir Besuch Okay Warum sieht der Boden so komisch aus Weiß ich nicht Vorsicht Fußgänger Das ist auch zu viel Ich muss mal Ich fange mal kurz im Shop Ich muss mal gucken Ich muss mal gucken Was wir konfigurieren könnten Nicht was wir konfigurieren werden Sondern was wir konfigurieren Könnten Ja es ist ein bisschen sehr viel finde Es reflektiert einfach zu viel Also klar Es fällt auf jeden Fall auf Aber du kannst ja hier Die verschiedensten Konfigurationen Vornehmen Deswegen muss ich mal kurz gucken Was ich hier noch für Möglichkeiten hätte Konfigurieren Weil man kann hier vorne LED Stroboscope So alle LED Blitzlichter Und man kann ja hier LED Lichtleisten Ach das ist dann nur die da oben Was ist das Ach die kommen dann da vorne Okay Die sind dann gelb 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 komplett Ach und dann kannst du vorne rot machen Und blau Ey das ist ja geil Eherzhaft jetzt Wartet Ist das geil Ist das geil So ich hab die oben weg gemacht Ich fahr jetzt mit Blaulicht Okay wartet Wartet Kann man die oben nicht konfigurieren? Kann ich die oben nicht weg machen? Geht das nicht? Moment Der steht noch nicht drin Konfigurieren Kann ich die oben weg machen? Das geht nicht ne? Schade Oben die Darf ich Okay Die oben darf ich nicht weg machen Das wäre jetzt schade Die da müssten eigentlich weg Das geht aber nicht Egal Also Moment Wie sieht es hier eigentlich Mit Fenster oder Türöffnung aus? Nix Okay Da geht nix So Ich packe mir jetzt nochmal kurz Hier ein Gewicht Hier liegen nämlich noch Gewichte rum Jetzt müsst ihr eigentlich auch noch Nein man muss ja nicht übertreiben Also Das hat jetzt aber nichts mit Feuerwehr zu tun Wollte ich euch nur kurz sagen Ne Ne Hupe ist normal Also das hat aber jetzt für mich nichts mit Hier mit Dings Mit Martinshorn zu tun Oder mit Feuerwehr Das ist einfach nur Blau rundum leuchten Ist das geil Also die Randale leuchte oben drauf Habe ich mal weg gemacht Wenn die dann noch blau wäre Dann wäre ja ganz vorbei Ne Viel bleibt bei 50% eng Das liegt aber leider nicht an mir Das sind typische Multiplayer Probleme Von Vom Server von Giant Software aus Da kann ich leider nix für So was haben wir hier vorne Ja guck hier haben wir Hier haben wir direkt schon wieder Polizeieinsatz Oh Die haben sich festgefahren hier Das ist auch ehrlich Ja ja schon dir Justin Wir werden dich da irgendwie raus Rausholen Das ist glaube ich gar kein Problem Warum wäre doch geil gewesen So richtig Feuerwehrschlepper Nur aus dem Nee Nee Das brauche ich jetzt nicht unbedingt Kriegen wir den hier raus Ja ja Ah ja Guck mal Ja Jetzt eigentlich nur noch mal schieben Jakob Ah sehr gut Sehr gut Gutes Team hier Gutes Team Okay Haben wir das geschafft So Achtung Polizei ist unterwegs Ich muss hier mal vorbei Vorsicht Ah ist das geil Das finde ich wieder geil Das finde ich Das Ich muss sagen Das finde ich echt wieder geil Ich halte ja nicht so von Feuerwehrmots Und so ne Aber ein Trecker einfach mal mit Blaulicht Für zum Mais häxeln Das finde ich also coole Sache Das Das kann man ruhig mal machen Aber wenn man jetzt hier kein Feuerwehrmots Ne Wir haben einfach nur blaue rundum leuchten Das finde ich ist echt eine schöne Sache Macht Spaß Ja Richtige Entscheidung Philipp Dankeschön Das finde ich macht Spaß Voll die wundern sich da noch so Hä Was kommt denn jetzt da angefahren Ne Na setzt Jakob Oh Jakob Ohne Blinker hier Also wirklich Der fährt hier einfach ohne Blinker Hat Ist wahrscheinlich Mercedes ne Eingebaute Vorfahrt Ja Justin hat auch eingebaute Vorfahrt So Ich müsste mal bitte hier rum Dankeschön Oh Schnell 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 Sorry So Oh Der Stuhl der wandert auf So Ah ich glaube ich fahre schon mal in die andere Blinker kostet Blinkerwasser Ja Aber das nügt die Kleingeld haben wir ja Ich muss rechts Ich blinke doch sogar rechts Julius du kannst doch rechts rum fahren Da kommst du nämlich auch raus Das glaube ich sogar manchmal besser Dann hast du keinen Gegenverkehr Ah der ist mit dem Alucargo unterwegs Auch sehr schön Oh warum kriege ich jetzt Bauchschmerzen Weißt du ey Heute ist wieder so ein Dario Ohne Axt Grüße dich Jetzt kriege ich auch noch Bauchschmerzen Warum kriege ich jetzt auch noch Bauchschmerzen Mann 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 Ja meine Bauchschmerzen Das ist immer so eine Sache für mich Ne Naja Weil ich finde es geil wie die reflektieren Der Kuchen im Baufeld Ja Hikes Ich habe mir Zitronenkuchen gekauft Ich war ja gestern einkaufen Leute denkt dran Liken und abonnieren nicht vergessen Ich war gestern einkaufen Und haben mir dazu auch Ja hier ist so ein Stück Zitronenkuchen Ja ihr kennt ja meine bekannten Bauchschmerzprobleme Ich habe ja immer wieder Probleme mit meinem Magen Ja Ich habe immer wieder Probleme mit dem Mit dem Magen Irgendwie Magenverstürmung Ich habe so eine Art Reizdarm glaube ich nennen die das Das ist wirklich Nicht mit zu spaßen Aber ich kann es momentan leider nicht ändern Ich mache grundsätzlich immer das Beste draus So Hallo Jan Wann wird denn gewechselt? 10 Minuten ungefähr Genau Genau Die kommen einfach so Du bist Du sitzt Zuhause Da habe ich wirklich auch Ich sitze auf der Couch zuhause Und plötzlich Oh was ist das? Dann muss ich einmal pupsen Und dann Boah Dann krummelt der Bauch los So wie aus nichts Zack Bauchschmerzen Ja Ich habe keine Ahnung Warum es so sein ist Oder warum es so ist Keine Ahnung Die Ärzte wissen auch nicht Sie meinten mir Reizdarm Ja dann habe ich mal versucht Das Fett wegzulassen Aber jetzt zum Beispiel heute Ich habe heute morgen nur einen Kaffee getrunken Und Ähm Ihr Frühstückscerealien gegessen Das war's Aber naja Ist dann so ne So ich bin auf dem Weg Zu Feld 1 wieder Okay Wo ist denn dein Verdichtungsmeister Der BGA Meister Luke der Baumeister Keine Ahnung Dennis Ich weiß allgemein nicht Wo die Leute alle sind Guck mal Ich sag's euch ganz ehrlich Wenn es 170 Zuschauer Das ist nichts Ich mache mir gleich Tomatensalat Oh das klingt auch gut Oh so ein Gurkensalat Wäre cool Hallo Michel Moin Nein nein Also ich bin wirklich Ich bin gesettet Ich habe auch absolut keinen Hunger Wirklich gar nicht Ne Kroni Moin Grüße dich Beides Michel Hat mal Mal jemand geschaut Nach Magen Soll kann sein Das zu viel In deinem Zu viel soll matt ist Das ist eine Feldeinfahrt Ja Zu viel Okay Magensäure Das wäre auch noch mal Eine Option So wartet mal Jetzt muss ich mal gucken Der Markus Ja wartet mal kurz Ei Wir haben ein Querfeldeinfahrer erwischt Komm Nicht speichern Der liebe Markus Zack Permaban Und tschüss Markus Geil Wir haben ein Permaban Ausgeteilt Ein Querfeldeinfahrer Markus Was geht in deinem Leben ab Schaut euch mal Das an Sowas von Durchs Feld Durchgeballert Ich hab mich schon Gewundert Warum ist der Markus Vor Matsis Und mir am Feld Ein Freiflug Bitte Danke Markus Permaban geht raus Darf ich gerne Bei mir mal melden Zack 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 Wie ist der gefahren Also so vom optischen Würde ich sagen Hier so irgendwie So hier 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 hoch Hier Und dann Zack Oh ja Ich muss schnell zum Häcksler Hier 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 Und zack Da hoch So kann man sich das Leben schwer machen Ich komme jetzt auch dran Werde ich dann auch in 5 Minuten Überholfen Nein Jan Du solltest schon Deine halbe Stunde Zum Mitspielen Zum Mitspielen bekommen Wir können ja jetzt auch gleich mal Also wir können jetzt mal so langsam Einen Wechsel machen So nicht Nicht wundern Für die die ich jetzt rausschmeiße Ihr habt nichts angestellt Keine Sorge Wir machen halt einen Wechsel Genau Genau Jan Deswegen Ich versuche immer so halbe Die haben ja nicht eine Stunde Wir haben ja erst ein Viertel nach angefangen Hatte meinen Trecker nicht unter Kontrolle Nein Markus Ausrede Markus zu seinen Fehlern Sollte man Sollte man stehen Der Permamann Der bleibt so aktiv Auf jeden Fall Also da wird es momentan Erstmal Keinen Entbandungsantrag geben Wenn man nur sagt Ich hatte meinen Trecker nicht unter Kontrolle Ich glaube eher Dass du dich nicht unter Kontrolle Hattest Querfeldeinfahrer Markus Muss ich ehrlich gestehen Ähm Sind bei mir nicht Ähm Gewünscht Ich versuche Meine Streams Mein Häckseln Mein LS So realistisch wie möglich Zu gestalten Deswegen ähm Spiele ich auch sehr gerne In der Innenansicht Weil es einfach auch für die Streamerei Mit am realistischsten ist Und deswegen äh Nö 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 Nein Niemals Markus Du bist Du bist die ganze Du bist doch über drei Felder durchgefahren Das heißt das hat man dann nicht unter Kontrolle Aber ist okay Man kann sich selbst versauen Man muss einfach nur ehrlich sein Äh Ich Ich weiß Fehler macht jeder Ich bin auch der Letzte Der dann sagen würde Ne Das sehe ich nicht ein Ich Nehme auch gerne Fehler an Und sagt dann Okay komm Kann mal passieren Schmidi wollte eigentlich kommen Er konnte dann aber doch Schon seinen Trecker Vom Mechanik abholen Er kommt vielleicht nächste Woche Hatte Schmidi Er holt ja seinen Trecker ab Okay Das ist auch gut Okay Basti Welcome back Das war ja auch Ertragsverlust Das war auf jeden Fall Viel Ertragsverlust Ja Oh PS4 kommt auch rein Sehr gut Sehr gut So Leute Eins Zwei Drei Warum sind hier Fünf Abfahrer Fünf Abfahrer Sind drei zu viel Ne Zwei zu viel Wir meinen eigentlich immer Drei Abfahrer pro Häcksler Also irgendwo wird jetzt Ein Häcksler stehen Und keinen Abfahrer haben Glaube ich zumindest Ja Feldelf zum Beispiel Hat zum Beispiel Keinen Da kommen Da kommen Die nächsten zwei Leute Was wollt ihr hier alle Sieben Abfahrer Ja Ich würde sagen Mathis Du hast was zu tun Ne Jetzt musst du loslegen Muss so lange warten Bis er hier vorne dran kommt Dann ist vielleicht schon der nächste Wechsel Und er wird sich dann sagen So Ich hab doch noch gar nichts gemacht Warum fliege ich denn schon wieder Ja weil halt alle halbe bis Dreiviertelstunde Ein Wechsel ist Und ich jedem ja die gleiche Chance Geben möchte Rasenpfleger Immer's gut Eugen Moin Grüße dich Schön dass du da bist Ja während das Update vorhin gezogen Hab ich mir vor allem meine Bestoft mal reingezogen Die wollen alle ins Fernsehen Ja komm Daniel Hand aufs Herz Du auch Mit deinem krassen Support Du nennst ein Huni Eine kleine Spende Das ist abnormaler Support von dir So rundum leuchten wieder an Wir sind bei 90% Hat der Anhänger eigentlich auch Eine nie ne Ne hat er leider nicht Okay Aber so gut wie voll Zack zack Folie drauf Weiter geht's Wieder zurück Das krass ist Sie werden doch relativ schnell voll Die Anhänger ne Also das auf jeden Fall Wir haben hier viel zu tun Die werden sehr schnell voll Und ähm Geht direkt wieder rüber zu BGA Ich hoffe die BGA Leute kommen hinterher Mit dem Aufschieben und allem Ich gucke jetzt mal Wenn noch Platz ist Kippe ich nochmal vorne an Das müsst ihr mir aber sagen Ob noch Platz ist Dann komme ich da gerne nochmal kippen Ansonsten fahre ich wieder Hinten in die BGA Sollte aber kein Problem sein Hallo Exitus Herzlich Willkommen Wie lange ist die Heute würde ich vielleicht später Auch versuchen zu kommen Ja äh Wenn jetzt die Bauchschmerzen aufhören Dann geht's noch ein bisschen Linden an welchen Führerschein Das kann ja auch manchmal sein ne Wir haben doch alle keine Führerscheine So wie überfahren Ne das ist ja auch so Klar man hat mir schon mal erzählt Ja man fährt aber nicht mit 50 Über ein Feld Okay Ja Könnte sehr wackeln ne Ach da war auch noch eine Feldausfahrt So ich sehe einen Häcksler Ich sehe einen Häcksler Ah er fährt geradeaus Das war glaube ich der Fendt Katana Als Black Beauty Der da gerade unterwegs war Der wird wahrscheinlich jetzt hier vorne irgendwo ansetzen Sache Wir haben auf jeden Fall genug zu tun So Abfahrer kommen auf jeden Fall gleich Zu dir rüber Das ist gar kein Problem Viertel vor elf Zwölf Eins Guck mal wir werden eigentlich schon zweieinhalb Stunden live Katastrophe Schade drum Aber okay Ist das schon das 50k Special Nein das ist es noch nicht Dann würde dann nämlich stehen Sieben Tage häckseln Oder sieben Tage Mais häckseln Das ist das LU Neumann Was momentan unterwegs ist Wir müssen ja mal Die Ostseeküste fertig bekommen Wann und wo Schauen wir mal Wie lange wir die noch machen müssen Bis wir das hier mal durch haben Die Zeit hatten wir aber schon mal Es kann natürlich auch wieder sein Dass die YouTube Benachrichtigung mal wieder nicht funktioniert Die Zeiten Die hatten wir auch schon mal tatsächlich Dass die YouTube Glocke alles andere als funktioniert hat Jetzt kommt natürlich auch wieder der gute Sommer Es wird langsam wärmer So wie sieht das hier aus Maximilian hast du noch was drin Maximilian ist leer Man kann aber hier auf jeden Fall noch mal kippen Tim du solltest dir hier mal ein bisschen Platz machen Einfach mal die Traktoren auf Seite stellen Sonst wird das hier glaube ich ein bisschen knapp Ich weiß ja gar nicht wo der Fendt jetzt herkommt Vielleicht haben wir sogar noch einen Platz frei Ich weiß es nicht Und zum Beispiel hier den Klaas schon mal rüber in die andere BKA bringen Da gibt es auf jeden Fall noch genug zu tun Ghost Monkey Dankeschön Schön dass du mit dabei bist Na also ich würde mal sagen So fünf Hänger gehen hier schon noch rein Ja der Fendt der steht katastrophal hier Heißt übrigens Leo nicht Markus Okay Im Getriebe ist ein ganz kleines Zahnrädchen gebrochen Und das musste ausgetauscht werden Und unser Händler Hat gesagt das dauert ein bis zwei Wochen Der Moment viel los Aber er war heute fertig Und das ist doch auf jeden Fall schon mal gut So ich fahre denn mal kurz hier den Den Fendt auf Seite Mit dem Doppeldrehschemel Ulrika Ausrufezeichen mitspielen Da bekommst du Server Name Und Passivinder Das ist immer schön anzuschauen Dankeschön Basti Ja aber man stellt sich halt selber die Frage Ich weiß man muss da nicht unbedingt drüber reden Ich tue es aber trotzdem gern Man stellt sich halt selbst die Frage Woran liegt es momentan Dass so wenig los ist Aber das ist bei vielen momentan so Also ich habe das schon mitbekommen Das ist bei vielen YouTubern Das momentan sehr ruhig geworden ist Und deswegen ist es für mich So ein bisschen Anscheinend oder Ist für mich so ein bisschen Auch mit unter anderem Das Sommerloch zurückzuführen So Zack, zack, zack Ich habe den mal kurz auf Seite gestellt Spacejumper Grüße dich Schön dass du da bist So Jetzt stelle ich den kurz noch rüber Den brauchen wir ja momentan hier auch nicht Einfach damit wir hier ein bisschen Platz haben Mit den letzten Zügen Fahren wir die mal kurz auf Seite Und dann Geht es gleich in der großen BGA weiter Klar Wette wird immer besser Ja auf jeden Fall Also Ist aber eigentlich auch ganz gut Ja aber Markus Erzähl mal Warum Also warum Erstmal nicht ehrlich geblieben Zweitens Warum Kerberfeld eingefahren Und drittens Warum dann auch nicht Auf uns Fehler gestanden Sondern ist angeblich Auf den Traktor geschoben Das ist Sorry dass ich so sage Für mich ist das Kinderkack Oder Kindergarten Ich finde einfach Leute Die Ehrlichkeit in Personen Ist das Was Womit ihr immer am weitesten kommt Wenn man immer ehrlich Zueinander ist So ich fahre da jetzt mal weg Ja Lukas Ich komme Bin unterwegs Wer ist heute noch ein Special Class Ja im nächsten Wechsel Wollte ich in den Special Class Reingehen So 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 Da kommen jetzt ausgerechnet Auch die beiden Special Class Muss mal hier gegenleuchten Na Jeremy und Jakob Sind mit den beiden Class Editions unterwegs Das sind auch die Sondereditionen Ich wollte gerade fragen Ob der Jakob Mal ein bisschen Platz machen kann Er fährt aber schon vor Ah Er hat halt Pkw's hinter sich Okay Sonst müssten die einfach mal eine extra Runde So zu Not drehen Guckt Jakob hat sich jetzt da schon auf Seite gestellt Ja komm Ich fahre einfach links rum Ich kann auch links rum fahren Leute Ist kein Problem So Hallo Andy Hab heute erstmal auf deinem Service Hab nicht gewusst Dass das verboten war Okay Ähm Markus Wenn man durch Ein Feld durchfährt Und hinter einem Der Mais kaputt geht Dann meinst du Das ist erlaubt Nee Markus Absolut Das Nee So Jetzt bin ich aber falsch Na komm Ich fahre eine extra Runde Komm Knallgas Er fährt 53 Wir müssen jetzt eine extra Runde fahren Ich war jetzt quasi einmal da unten lang Ich bin halt rechts rum nicht rausgekommen Und dann fahre ich zu Feld Nummer 2 Dann komme ich von da auch an Okay Aber hier Guck mal Hier zum Beispiel Hier unten in der Ecke Waren wir auch noch nie Gut Wir haben die Ostseeküsse halt auch noch nie Komplett abgehäckselt Du musst das immer so sehen Markus Egal glaube ich Wo du mitspielst Die Leute wollen nie Dass man durch Felder Querfeld durchfährt Und Einfach das macht Was man selber Niemals in real life machen würde Oder Ich glaube doch schon Dass die Leute da immer Für sorgen Dass es Realistisch bleibt Hupsala Ist doch ganz schön weit Bin der Markus Der Den du Hä Was denn jetzt Ach ihr macht mich alle fertig Leute Ich habe keine Lust mehr Was ist denn heute mit dem Chat hier los Jetzt kommt der Leo rein und sagt Er wäre der Markus Ey Leute komm Lasst eure Kindergartenspielereien Bitte mal sein Dankeschön Dafür bin ich einfach schon viel zu alt Und dafür ist mir mein Hobby Auch viel zu schade Ich meine So ihr schafft es heute Meist fertig Ne Moris Das denke ich mal nicht Dafür ist die Dafür ist die Matt doch tatsächlich Viel zu groß Heißen beide mit Nachnamen Ski Also möglich Wie jetzt kann ich hier nicht mal rechts fahren Oh da ist eine Brücke Oh ihr macht mich fertig hier Tuning King Moin Markus ist mein Vater Hä Ach Lasst es gut sein Ja aber Ach nein Komm ich will mich da gar nicht drüber aufregen So ich bin wieder in der Ortschaft So jetzt muss ich irgendwann gleich links abbiegen Hier war ich noch nie Jo Seidah Aber natürlich Schön dass du wieder mit dabei bist Hast du Hast du heute eigentlich schon erwähnt Dass wir dich fertig machen Ne was Wie jetzt Ne Aber eigentlich Eigentlich bin ich Markus Und ich bin der Olaf Und ich bin auch dabei Oh Der Bauch kummelt Vielleicht hat der doch Hunger Ich finde das halt auch sehr schön Wenn die Leute da laufen Dass der Verkehr auch anhält Und die Leute nicht platt fährt Und alles Oder ich So Ähm Oh Ich hätte links gemusst Ihr macht mich fertig Ihr macht mich echt fertig So Moment Ich muss hier drehen Hast du eine Krankheit Was habe ich nicht Muss ich mir manchmal überlegen So Und ich bin der Heilige Geist Hallo Hallo Heiliger Geist So Hast du Blaulicht drauf Ja Kann man bei dem hier konfigurieren Hat aber nichts damit zu Dass ich jetzt die Feuer bin Äh Feuerwehr bin Das hat nichts damit zu tun Dass ich die Die Feuerwehr bin Ich spiele einfach nur mal so Hallo Paul Moinsen Grüße dich So Ich glaube jetzt bin ich auf dem richtigen Weg Irgendwo da vorne ist Feld 2 Hier kommt Feld 39 Und hier kommt Da Da Kann ich hier Ja Eher kann ich reinfahren Hoppala Vorsicht So Wunderbar Sehr gut So Ah ok marcus Also ok marcus Du hast jetzt den account von deinem dad Und du hast den account von dir Ok Das heißt jetzt für dich Achso Wegen dem Wegen dem dings Mitspielen Du bist nicht die Feuerwehr Sondern Abschleppdienst Ja Boah Boah Er grummelt schon wieder Permadienst Was ist ein permadienst Und mein trinken ist auch leer Ja Ja Finibert Ich spiele mit einem G29 Joystick habe ich nicht Joystick nutze ich ganz normal meine Tastatur Also meine Maus Aber fürs Fahren und so habe ich mein G29 von Logitech Bin ich auch wirklich sehr zufrieden mit Habe ich jetzt knapp zwei jahre Habe ich mir damals im angebot gekauft Muss sagen Ich bin sehr damit zufrieden Also es läuft wunderbar Ich wusste die Serverregeln nicht Ja aber Markus Ja komm Ist okay Aber Markus Beim nächsten Mal Vielleicht dann erstmal fragen Markus Anstatt einfach querfeld einzufahren Vielleicht einfach mal nach den Regeln Fragen Ja so Was dürfte ich Aber selbst wenn Markus Guck mal Wenn du doch durch so ein Feld durchfährst Und dann plötzlich siehst Dass hinter dir der Mais weg geht Dann weißt du doch genau Dass wir die Fruchtverstörung aktiviert haben Und man vielleicht nicht durch die Felder fahren sollte Und wie gesagt Und dann sollte man immer zu seinen Fehler stehen Weil du hast ja dann geschrieben Ich hatte meinen Traktor nicht unter Kontrolle Nee Einfach zum Fehler stehen und sagen So Oh ich habe Dummese gebaut Tut mir leid Und dann Dann geht es ganz normal weiter Moin Sascho Die Feuerwehr ist da Guck mal hier Feuerwehr Guck mal Guck mal Warte da siehst du es besser Guck ich bin auch die Feuerwehr Aber nein Es ist kein Feuerwehr Mod Es ist ein ganz normaler Case Traktor Strich die Wechsel Halb Viertel Feuer So halb 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 Denk ich mal Guck mal Einfach Sehr geil Fynn die Bärt Okay Fynn machs gut Ja ja Markus Alles gut Man soll jedem im Leben Eine zweite Chance geben Der Perbaban ist auf jeden Fall weg Du solltest deine Chance bekommen Wenn du es wünschst Werde ich meinen Dienst erfüllen Und in jeden Fall Nein 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 Mama Luki Luki Discord Artela Willkommen zurück Schön dass du wieder da bist Oh Wartet Ich muss auch beim Handy Game Mein Zuckerrohr Ich muss auch mein Zuckerrohr einsammeln Sascha du willst auch gleich auf den Server kommen Ob das eine gute Idee ist So einmal hier Zuckerrohr einsammeln Weil ich will kein Platz Meine Scheune ist voll Na toll Das kriege ich nämlich Ärger Wenn ich hier mein anderes Spiel vernachlässige Weil wir sind da gerade im Derby drin Spielt da etwa jemand Hayden Wie jetzt Was Nein Wie kommst du denn da drauf Vorsicht Entschuldigung So Wir sind nämlich in der höchsten Liga Und wollen unser Derby gewinnen So Zu dem Magengrummeln Schon einmal probieren Nach dem Genuss von Kaffee Ein Glas Wasser danach zu trinken Um die Säure zu neutralisieren Es ist ja nicht wirklich mal Kaffee Ich trinke ja nur hier Frauenkaffee Latte Macchiato Sagen die immer dazu Das wäre wohl Frauenkaffee Ist das jetzt so schlimm Das spielt doch keiner nebenbei Ich wollte gerade sagen Hey der ist Leben Ne Ich sag mal so Ich spiele es sehr sehr gerne Es macht mega viel Spaß Und es ist ein tolles Spiel Auf jeden Fall Und wie gesagt Wir sind in der höchsten In der höchsten Derby Rang Also wir sind Wie heißt der Rang In der Champions League Wir sind Platz 64.000 Ist eigentlich ganz gut Und wie gesagt Sind auf dem Weg dazu Eventuell hier mal Einen guten Platz zu ergattern So wie gesagt Ich habe ein Zuckerrohr auf gehabt Zuckerrohr Du hast gerne morgens Eine Latte im Mund Was geht denn bei dir ab Ja 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 nee ist klar Wird man jetzt sagen Bisschen verrückt bist du schon Das weißt du aber selber Hat er jetzt nicht geschrieben Nein Hat er nicht geschrieben Ein klein bisschen Folgt bist ja So Fertig Latte ist kein Kaffee Aber zwischendurch Trinke ich den auch mal Sonst schwarz mit Zucker Das mag ich nicht Ich habe noch nie Kaffee gemocht Gemocht? Gemocht Ich habe einen Screenshot Philipp Nee Wirklich noch nie Meine Frau hat mich dazu gebracht Ich Kaffeepulver Ja Liebend gern Kaffeepulver riechen Ha das klingt so Das riecht so lecker Aber Kaffee trinken Nee Und dann meine Frau Ach komm probier doch mal Den Latte Einfach mal probier Oh der schmeckt gut Ich tu aber auch Drei Löffel Zucker Echt ist das so Okay Okay Gut du bist du Hikes Dankeschön Wirst du dir den LS23 kaufen Mal schauen Mal schauen Was da passiert Road to 200 likes Julian Es ist eigentlich schon peinlich Das zu schreiben 200 likes Das war früher Für mich 0815 Wie gesagt Keine Ahnung was los ist 140 Zuschauer Das ist Ist schade drum Ist wirklich schade drum Dass momentan So wenig los ist Ja Naja Vielleicht denken auch Viele ja so Ziel erreicht 50.000 Abos sind drin Jo Tamino Grüße dich Pichoco mag alles süß Ja deswegen mag ich ja Dich auch Basti Nein nicht du Julian Das muss dir doch Jetzt Das muss dir doch Jetzt nicht leid tun Hallo Boogie Guten Tag So Oh man Ja ärgerlich Wenn man schon Drei Stunden hier sitzt Vielleicht hat bei vielen Auch die Benachrichtigung Funktioniert Ja und dann war ja Auch noch das Problem Mit Mit dem Stream An sich Was Wie hier ist keine Felder Doch da hast du Die Feldausfahrt Oder Ja da Was du magst mich Selbst wenn du Kein Spender wärst Ja Da meckern alle rum Sie wollen Mais häxeln Dann ist keiner da Ja Nevio Oh Mais häxeln Oh kannst du wieder Mais häxeln Wann kommt der Mais häxeln Ja jetzt machst du Mais häxeln Ich hab das Fast eine Woche Vor angekündigt Und dann kommt keiner Ich wollte mal kurz gucken Ist doch öfters so Egal Ja ja richtig Deswegen sag ich ja Das ist halt normal Das ist halt Du hast ein Sommerloch Dann hast du natürlich Im Winter vielleicht auch Noch ein Loch Mal ist mehr los Mal ist weniger los Freue mich über Ich freue mich über jeden Treuen Zuschauer Und bin froh darüber Für euch live Ein zu können Das hätte ich jetzt Nicht erwartet Hä ich mag doch jemanden Nicht nur weil er Weil er geld spendet Basti Leute ich mag meine gesamte Community Ich bin mega stolz Darauf sagen zu dürfen Wir sind 50.000 Abonnenten Andy moin Grüße dich Da kann man nur stolz Darauf sein So ist jetzt hier voll Oh ne hier ist immer noch Nicht voll Okay Hier ist immer noch nicht voll Dann da gehen ja doch Noch einige rein Hätte ich jetzt Hätte ich jetzt nicht gedacht Ich hätte gedacht So 5 Wagen Ding ist voll Aber dadurch dass der Timi Hier halt auch gut aufschiebt Ist hier anscheinend Doch noch gut Platz Wirst du gleich den Glas fahren Ja war geplant Ja das freut mich auch Wenn du bist Freundin heute nicht da Oder warum hast du so gut Zeit Wer mag nicht sein Kommt schon keine Ahnung Trainspotter Jonas Hättest du gekommen Wie gesagt gleich gehe ich wieder In meinen wunderschönen Glas In welchem Jahr hast du mit YouTube angefangen 2016 Abfahrerfeld 8 Abfahrerfeld 8 Ach da oben Ja da sind ja schon welche unterwegs Lukas Hat schon wieder 0 zu viel dran gesetzt Dankeschön Lukas Dankeschön Lukas Buchstabensuppe joint Freundin arbeitet Einkaufen heute morgen gemacht Und krankgeschrieben Ah gute Besserung Ah gute Besserung Philipp Alles alles gut Dankeschön lieber Lukas So ich fahr mal zu 8 hoch Da sind nur 2 Abfahrer Hier bümmeln nämlich 3 rum Vielen Dank Leute haut mein Herz mit dem raus Der Lukas hat schon wieder 1 0 zu viel dran gesetzt Vielen Dank Lukas Für deine weitere Unterstützung Da war Pink Lady So ich muss einmal hochfahren Ich fahr jetzt einmal hoch zu 8 Da wurde nämlich schon nach Abfahren gefragt Da waren nämlich jetzt nur 2 Leute Ich fahr zwar jetzt kleinen Umweg Aber das ist alles Naja Nicht so tragisch Alles gut Dienstag geht's wieder los Okay perfekt So Dieser Monat war absolut krank Schaut mal oben links In die Anzeige Was der Lukas Nur diesen Monat rausgehauen hat Das muss man sich mal überlegen Er ist mit einer Der es ermöglicht Dass meiner Frau es bald wieder gut geht Lukas du bist der absolute Wahnsinn Wenn ich jetzt das da oben links wieder sehe Das ist absolut krank Wirklich Der Gelddrucker läuft bei ihm Lukas war zu krank Ne Lukas ist zu krank Der und sein Drucker da unten im Keller Damit es ja keiner sieht Dass der unten im Keller einen Gelddruck hat Wenn das FBI vorbeikommt Die wissen gar nicht wo sie gucken sollen Weil keiner geht in den Grusenkeller Vorsicht Dankeschön Lukas Ach man ey Wirklich Liebe geht raus Hashtag nur Homo Du weißt genau wie ich das meine Vielen 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 Dank Für deine Hilfe Das ist echt nicht normal Wen habe ich denn hinter mir Ah Der Maximilian mit dem JCB Dankeschön Lukas Das ist doch einfach viel zu krass Was hier manchmal passiert So irgendwo rechtzeitig dürfte jetzt Ne hier noch nicht Hier ist ein kleiner Hof Andi das ist die Ostseeküste Ich bin einfach schon mal rechts am blinken Damit er versteht dass ich gleich rechts war Guck mal hier sind jetzt auch drei Abfahrer Keule ich wechsel Jetzt Hier ist sie So Die nächsten meine lieben Freunde Sorry wir müssen einmal einen Wechsel machen So Ist ein Glas frei geworden Also hier ist Ja Aber warum mit Fortuna Warum mit Fortuna Wo ist mein Anhänger davon Ah ja egal So Servus David Und dann tut er bei den Nachbarn noch Strom anzapfen Dass er den Strom vom Gelddrucker nicht bezahlen muss Ach so macht er das Ach das ist natürlich richtig schlau Ah Vom Nachbarn den Strom anzapfen Ah Damit er druckt Ach so Stimmt Da spart er natürlich Geld Weil so ein So ein So ein Hochleistungsdrucker glaube ich Der kostet viel Geld ne Also nein Der Hochleistungsdrucker kostet viel Strom Der zieht sich bestimmt seine 2 kW rein ne Der LS Boss hätte ich bekommen Ah Schlaues Böhrchen hier Ja ja Ich hab das schon verstanden So ein Moment Leute Ich muss kurz Ich muss kurz was machen Ich muss aber kurz warten Majos Moin Grüße dich Okay Luca ist kein Problem Ich durchschaue alles Ja ja Na Der kleine Lümmel da Naja ist noch nicht auf dem Server Okay So Ja dann machen wir den mal kurz hier voll Den Fortuna Ich hab ein Fortuna So Hallo Hexlerfahrer Keiner der Hexler fahren will Oh ich esse mal ein Schokoriegel Oh Milchkotender Ich hab ein Tender 31.8er Ja das muss auf jeden Fall geändert werden Daniel Ach komm Leute ich hör auf für heute Daniel haut 10 Gifte Zapf raus Jetzt hab ich meinen Hund geweckt Entschuldigung Häuschen Es tut mir leid Daniel Kann ich dein Ernst sein Heute du wolltest Whitecard einlösen ne Daniel Wahnsinn Wahnsinn Absoluter Wahnsinn Daniel Vielen Dank für 10 Gifte Zaps Road to 500 Mitgliedschaften Du bist der Wahnsinn Daniel Du bist der absolute Wahnsinn Dankeschön dafür Die Anzeige dürfte gleich laufen Wahnsinn Daniel Mega Nein ich war nur grad ein bisschen laut Basti Einfach nur krass Daniel Ganz 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 großes Dankeschön Zack ist wieder eingeschlafen Ich sehe sie halt durch meinen Kühlschrank Ich habe in meinem Zockerzimmer hinter mir eine Gäste Couch stehen Und rechts neben mir steht mein Kühlschrank mit einer Glasfront Und ich gucke halt in die Glasfront rein und sehe dadurch im Hintergrund mein Hund Und die liegt halt auf dem Gäste Bett Keine Sorge dass die Decke drunter Also falls ihr mal übernachten wollt Ist gereinigt und sauber Und sehe sie halt da liegen und die Augen sind zu Wahnsinn Dankeschön dafür Da kommen sie alle rein Der Kai hat auch eine bekommen Kai mein Glückwunsch Mitgliedschaft geht raus an dich Sehr geil Wieso hast du mir ein Telegram Link geschickt Was habe ich dir geschickt? Ein Telegram Link? Ich habe dir gar nichts geschickt Nicole Welchen Link meinst du Nicole? Danke danke Freunde 457 Unser Ziel für heute 500 500 Mitgliedschaften 50er Subbomb Lässt grüßen Ich habe gehört Philipp hat heute Gönnerhose an Ich habe heute 200 Likes Machen wir jetzt auch noch voll Klasse geht doch noch so viel halt Da geht doch noch so viel rein Wahnsinn Keule wie hieß du auf dem Server Das muss mir noch kurz sagen Über YouTube in den Kombis Ich habe dir eine Telegram Okay Ich glaube da ist wieder irgendein Bot unterwegs Warte kurz Ich habe nichts gemacht Nein, 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 nein Es ist bei mir wieder ein Bot unterwegs Die Bots haben bei mir aufgehört Jetzt scheinen sie wieder anzufangen Ich sehe keinen Link Nö Also ich habe nichts gemacht So, bin da mal weg Der Trecker ruft Äh, ja wie Dann kehrt dir doch totale Ruhe ein Das geht nicht Das war ein Spaß, Philipp Das war ein Spaß Warum steht der da so Maximilian, was ist bei dir denn da los Achso, Keule, ich dachte du wärst drauf Weil du doch gesagt hast So, ich habe es geschafft Sena Subbomb Ja, ich weiß, Philipp Ich weiß Ja, aber kann doch nicht den ganzen Tag Den Samstag nichts tun Doch, wieso? Du hast noch einen Papierdrucker Eigentlich Papierdrucken Und damit fährst du einkaufen Das wäre ein schönes Leben Wirklich, wenn man sein eigenes Geld drucken könnte Das wäre ein schönes Leben Lukas, mach's gut Danke fürs Zuschauen Vielen Dank nochmal für deine Hilfe Für deinen Support Einen schönen Tag Wünsche ich dir noch So Äh, wo muss ich hin? Links rum Anscheinend da, wo auch gerade Johannes hinfährt Okay, Keule, dann guck mal gleich mal Wir machen ja gleich wieder den nächsten Wechsel Hoffentlich zumindest Dann schauen wir mal Das tut es auf Warum esse ich Eigentlich ein Tender Wenn ich Wenn ich Wenn ich Ein Zitronenkuchen hier habe Ich hab einfach nur keinen Bock Gerade aufzustöhnen Aufzustöhnen Aufzustehen Und mir den zu holen Wenn ich auf das Geschenk gehe Für was ist das? Das sind Gifte Zaps Also verschenkte Mitgliedschaften Du hast halt die Möglichkeit Wenn du eine Mitgliedschaft hier selber holst Machst du es über Ausrufezeichen Mitglied Oder wenn du die Möglichkeit hättest Eine Geschenk zu bekommen Musst du auf das Geschenk Von Daniel T. klicken Und dann Mitgliedschaften erlauben Aktivieren Und dann kann man dir eine schenken Aber das ist immer ein Zufallsprinzip Also wenn man jetzt Wenn hier einer hingeht Und fünf Gifte Zaps raushaut Dann ist das per Zufallsprinzip Und wer sie bekommt Wenn alle selber Gehütteln können Würde die Inflation immer steigen Wie nach dem Weltkrieg in Deutschland Ja, nee, nicht jeder Johannes Vorm Auge des Chefes Querfeld eingefahren Vorm Auge des Chefs Also wirklich Vorm Auge des Chefs Querfeld eingefahren Also wirklich Der Untergang Eines jeden Mitspieler Braucht man zum Mitspieler Headset Nein, Christian Du musst dich nicht gezwungen fühlen Irgendwie mit uns zu quatschen Oder so Ganz und gar nicht So Ach du warst das auch noch Thomas Der, der die Zu geil Thomas Du wolltest die ganze Zeit mitspielen Und dann brauchst du auch noch Dummsinn Heidewitzker Und doch Du weißt das Dass man nicht querfeld einfährt Weil du bist ja die ganze Zeit hier im Chat Und fragst ja die ganze Zeit Nach einem Wechsel Zu krass Kekskummel Ja, ist auch PS4 Und Xbox Also kann jeder mitspielen Wir spielen hier mit Mit Crossplay Wusste er nicht Hat doch gerade noch so über Markus gelacht Ja eben Deswegen Und Nee Aber er hat ja nur einen Kick bekommen Ja gut So kann man sich das mitspielen natürlich auch versauen Tut mir leid Mitglied Finden der Leo seit einem Monat Dankeschön Und Herzlich Willkommen Und Sascha 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 Zehner Mitgliedschaftsbomb Dankeschön An den lieben Sascha Vielen Dank dafür Zehn Mitgliedschaften Zack 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 Alle weg So schnell geht das Zack Und schon sind die zehn Mitgliedschaften Vergeben an Daniel Philipp Landbeufel Lumi Spätleser Team Österreich LS Zocker Ben Und Emir Sehr geil Sascha Vielen Dank Für deine Zehner Subbomb Mann das ist ja echt beliebt geworden So eine Subbomb hier Ne Dass YouTube das eingeführt hat Finde ich einfach nur mega geil Früher ging das ja nur auf Twitch Jetzt geht es auch auf YouTube Dankeschön An den lieben Sascha Vielen Dank Für deine Hilfe Für deinen Support Dann werden wir jetzt Wenn die angezeigt werden Bei 471 29 Mitgliedschaften Noch Wir hätten die 500 Voll Stefan Moin Grüße dich Ihr seid Absolut Der Wahnsinn Ja Philipp Es ist halt nach Zufallsprinzip Also du kriegst Du kannst es In eine Mitgliedschaft Jederzeit Geschenkt Ja Thomas Du bist ja nur gekickt worden Hast ja keinen Permabank bekommen Kannst also nach wie vor Immer noch mitspielen Hallo Für Preise Herzlich Willkommen Schön dass du da bist Moin Creeps Welcome back Du bist Nick Gaming Ja ja alles gut Weiß ich doch Hattest du mir doch schon mal erzählt Dass du deinen Namen gewechselt hast Wahnsinn Daniel haut eine 10er Subbomb Und Sascha haut eine 10er Subbomb raus Ihr seid der absolute Knaller So kann man aber wenigstens sagen Ist die Jukebox nicht zu leise Ja ich finde es halt krass Klar was sie Dass das Ja dass das so viele Leute nutzen Also wirklich Mega großes Dankeschön Alles klar muss jetzt Die Arbeit erledigt sich nicht von Lein Tjorben Alles klar macht das So leider ist er mit zu dicht dran gefahren Was geht ab Thomas Die nächste 10er Subbomb Vom Thomas Jetzt haben wir aber hier Ein Hashtag Gruppenzwang Wahnsinn Wieso ist der Pink Das ist Pink Lady Hat eigentlich auch einen pinken Anhänger Aber der ist irgendwie weg Wahnsinn Thomas die nächste 10er Subbomb Das ist absoluter Gruppenzwang hier Vielen Dank Thomas Die nächsten 10 Mitgliedschaften Für meine Community Ihr seid der Knaller Leute Ihr seid der absolute Hammer ey Das ist absoluter Gruppenzwang hier Das kannst du nicht mehr darauf schieben Mit 25 Zuschauer und die Community eskaliert Das ist einfach viel zu krass Leute Vielen Dank Wahnsinn Ich blick da gerade nicht durch Hier absolut Der Thomas ist wirklich so einer Der macht Gruppenzwang Also es ist wirklich Das ist nicht böse gemeint Gegenüber Tom Aber das ist mir schon immer aufgefallen Es gibt ja Leute Die hier wirklich Die Generation raushauen Und man weiß immer ganz genau Irgendwann kommt dann der Thomas Ja jetzt muss ich aber auch mal Und genau das gleiche Ist jetzt schon wieder passiert Lukas haut eine Subbomb raus Dann haut Daniel eine Subbomb raus Und dann haut der Sascha noch eine raus Und dann denkt sich Thomas Ja jetzt muss ich ja auch Subbomb Haha Jo weiß ich Playstation 4 Zocker Vielen Dank Mein Glückwunsch an alle Die gerade eine bekommen Wahnsinn Thomas auch vielen Dank an dich Jobben Moin Grüße dich Hier ist richtig was los Leute Hier ist richtig was los So Nächste Tour Der Tim braucht immer noch Wann ist der denn hier endlich mal voll Gott sei Dank Ich bin ja froh Dass ich überhaupt den Server voll bekomme Ne Das ist schon mal sehr sehr gut Der Tim ist aber wirklich auch fleißig hier Ja der Chat wird wieder grün So sieht es aus Basti So sieht es aus Wahnsinn Leute Wahnsinn Dankeschön An euch Hätte ich niemals mit gerechnet Ich hätte Ich habe eigentlich mit einem ruhigen Chat Mit einem ruhigen Livestream Aber dass das so wieder hier eskaliert Ihr seid der Wahnsinn Wir sehen was ich schade finde Die Rundumleuchten fallen nicht mehr so auf Wie sie mal aufgefallen sind Ich glaube diese Reflexion ist weniger geworden Früher hat man das auch richtig schön Da an dem Plan ET dann gesehen Also so kenne ich es eigentlich noch Dass man Die Reflexionen überall hat gesehen Gut könnte auch ein bisschen verwirrend sein Weil es einfach so sehr reflektiert Ich glaube jetzt kann ich so langsam Ja ich muss halt hier gucken wie ich hier rankomme So Ja ich glaube jetzt so langsam ist es aber voll Tim Dann habe ich ja wieder einen Wildcard Ja Ja hast du Da war der zweite Monat Perfekt Dankeschön 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 Leute Sehr sehr geil von euch 474 Wahnsinn Leute Wahnsinn 474 Was macht Paul da? Oh hier hat es anscheinend geknackt Oh Hier hat es gekracht Hier hat es gekracht Und er hängt Ach geil Mach dein Gewicht ab Guck mal Das Gewicht hängt hinterm Zaun Dankeschön 875 Abos Leute 25 Leute noch Dann haben wir die 900 voll Ja Moment ich setze hier das Gewicht mal zurück Wenn ich dran komme Ja Problem ist immer das zu erwischen Ah jetzt geht So jetzt ist das Gewicht daneben Müssen wir das hier rüberschieben Okay So nur gucken wie wir hier rauskommen Also ich fahre auf jeden Fall nicht wieder links rum Leute Ich fahre auf jeden Fall nicht wieder links rum Ach alles gut Paul Markus Schon wieder? Der Markus ist schon wieder auffallend Warum hängt der denn hier im Gegenverkehr? Äh Keks rüber wir spielen mit 16 Leuten Verlinks zu Feld 35 Achso ja kann ich auch machen Das kann ich auch machen So alles gut kein plax So ich soll links fahren zu 35 Wo sind wir denn jetzt? Ach die sind da jetzt schon Zu 35 Aber die ist doch da unten Ah die sind jetzt hier am rumhexeln Wie du noch Wo mein Weißt du noch wo mein Traktor zu bestätigt wurde? Ja auf der Allstream Farm Natürlich Jetzt würde ich das vergessen Los rückwärts Ich hab die Feldanfahrt verpasst Schattenfloh Moin Herr Fotograf Ne keine Ahnung Philipp Äh wenig Kontakt Keine Ahnung So Krass jetzt sind die auf 35 Ist ein recht großes Feld Ne? Oha Ich würde sogar sagen Mit Ja das Feld 5 Ist glaube ich hier das größte Aber das Feld hier auch Hat auf jeden Fall Potenzial So So Übrigens was ich an der Ostseeküste auch immer noch feiern Ist die Das Plattfaden der Maisstoppeln Dass sie sich plattfahren lassen Das finde ich echt eine schöne Sache Traxxas Das ist die Ostseeküste Nice Thumpen hast du da ja Wo hab ich das nur her? Und nutzt Alfred die Feldeinfahrt? Nein Nee Nee Er fährt einfach durch Er ist natürlich auch groß Und mal Christian Christian Was hast du heute Morgen schon getrunken? Gab es Kaffee oder Schnäpsie? Ja ja Basti Er hatte im LS22 Auf der Allstream Farm Bei uns mitgespielt Und hat dann ausgesehen Einen Trecker In diesem riesengroßen Flusslauf versenkt Der da ja so ist Auf der Map Der ist ja so groß Dieser Flusslauf Da kann man nur aus Versehen reinfahren Weil der so groß ist Dieser Fluss Es gab Kaffee oder Kaba mit Schuss Ach so Es gibt Leute die machen das Morgen zum Kaffee Jonas wer kommt weg? Ab wann hat man eine Ridecard? Landwirt 499 im Monat Ist der Landwirt Da hast du dann die Ridecard Das heißt du hast einmal im Monat Ganz viel mehr mitspielen Ich will ja auch ständig Mein Kanal verbessern Ich will euch ja auch was zurückbieten Wenn ihr euch so eine Mitgliedschaft gönnt Und hab dann deswegen jetzt immer versucht Irgendwie da was zu korrigieren Konfigurieren Und mir immer wieder was überlegt Hab jetzt neue Smiles eingebaut Was eigentlich mit dem DD Server gibt es noch? Ja den gibt es noch Aber wenn ich selbst hier das Update vergesse Hab ich es da auch noch vergessen Ich hab gerade eine Mitgliedschaft bekommen Andrea okay Dann hast du eine geschenkt bekommen Dann bist du jetzt Landwirt An alle die jetzt eine Mitgliedschaft geschenkt bekommen haben Am besten meldet ihr euch auch mal auf Discord Bei meinem Team oder mir Dann bekommt ihr nämlich den Rang Als Mitglied Das heißt ihr bekommt eine grüne Schrift Auf dem Discord Server Und ja Seid einfach ein Kanalmitglied dann Also ein Supporter Die Texturen Die verwirren mich hier auch so ein bisschen Ai Anja Moin Die Texturen Die verwirren mich hier wirklich so ein bisschen Weil die so So querfällt sind Die all querfällt Ein sind Und hier kommt jetzt plötzlich so eine Fahrspur entlang Aber warum? Hab ich noch nicht so ganz verstehen Wir sind jetzt übrigens hinter der BGA Also Wie kann ich jetzt genau Wo man Ist die eine jetzt voll? Weil ich sehe Max Da vorne abkippen Und ist die eine wohl jetzt voll Genau Du hast es auch eine Wildcard Philipp Das heißt du müsstest dir jetzt wieder eine Playstation kaufen Oder ein PC Und dann kannst du ganzen Streamer mit mir Kolonnenfahrt machen Oh Christian Nicht abkürzen Markus hat schon wieder einen Trecker in den Baum gefahren Echt? Hat er schon wieder einen Trecker versenkt? Wie und dann hat er einen anderen genommen? Hat er das jetzt wirklich so gemacht? Dann ist er so teuer Er ist ja mit Autograben Warte, beim nächsten Wechsel aufpassen Nicht, dass ich wieder was versenke Äh, warte, gibt es Ah ja, auf der Ostseeküsse gibt es natürlich die Ostsee Die ist glaube ich auch noch Bestandteil der Map Also da kann man tatsächlich, äh Reingeraten Hi, 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 hi Das wäre nicht so gut Sascha Äh, bei einer Eintrag Wo bist du denn dran? Ne, wir sollten schon aufgeteilt bleiben Naja, verschenken ist immer schwer Naja, eben, sag ich ja Thomas Ist ja die Ostseeküste, ne Wäre er doof, wenn er auf einer Ostseeküste Dann ist kein Wasser gäbe, ne Moritz, moin Also ich lese hier gerade den Chat Angeblich, also anscheinend Hat der Markus irgendeinen Trecker versenkt Einsatzfahrten LS, herzlich willkommen Ich kann euch jetzt, ich kann halt jetzt nur nicht nah, weil auch wirklich so waren So, hier ist auch bestimmt irgendwo eine Feldausfahrt Da, 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 hab sie Sehr gut So Fahre ich nämlich eigentlich nur einmal um das Feld herum Und dann bin ich schon da Ja, das, das ist leider so, Philipp Also ich verliere sonst den Überblick Weißt du, was ich meine, Philipp Sonst kommt da halt jeder an Und Ja Sagt dann, hey, hier Ich hab die gewonnen, ich hab die gewonnen Und das ist immer Das ist immer sehr, sehr schwierig für mich Aber es sei dir ja gegönnt, Philipp Du hast ja jetzt sogar noch die Möglichkeit, dass ich dich auf Instagram Supporte und du kriegst ja den Discord-Rang Wobei Discord-Rang kannst du natürlich haben Ja, und die andere Möglichkeit ist halt jetzt Dadurch, dass du Landwirt bist, hast du auch den Azubi Und der Azubi gibt dir halt die Möglichkeit, dass du Ähm Von mir einen Instagram-Post haben könntest Als, als Support quasi, ne Hi Leon, moin Ja, mitspielen ist möglich Ich sag's direkt von vornherein So Wann ist der Wechsel, Kevin? Äh, 10 Minuten Kann ich eigentlich mal, Philipp Wir müssen mal da schreiben Ich hätte kein Pröbchen Ich würde meine Frau damit überraschen So, einen Moment Ich muss mal hier wieder Zuckerrohr ernten Sonst kriege ich Ärger, dass ich meine Aufgabe nicht mache Ich bin ja der Chef der ganzen Community da In dem Spiel Deswegen muss ich mal kurz hier Fertig machen Das ist echt Ärger Nein, dann heißt ihr Nein, warum spielst du nicht? Hat wieder Weißeres zu tun Du bist doch hier der Chef Das muss doch laufen Ja, das tut es ja auch Ich glaube, ich bin übrigens fertig Ich habe aber keinen Platz mehr in meinem Silo Die müssen erst mal aus der BGA rausfahren Ja, ja, ich fahr ja schon weiter Hup mich doch nicht immer so an Ich habe auch keine Zeit zum Alleisen, Philipp Ich bin lohner im Rang Ja, pfff Du hast auf Ewigkeit Bis zum Tode Kein Problem, Philipp Real Life Sei dir gegönnt Real Life geht nun mal vor So, ist hier voll Ich muss noch kurz Tim hier fragen Der jetzt hier voll ist So, Aufgabe abgeschlossen Sehr gut Okay Also vordere BGA ist voll Wir fangen jetzt mit der hinteren an Ich muss noch drei Aufgaben machen Attila, welcome back Schön, dass du wieder da bist So Hallo, schönes Wochenende Hallo Norbert Das wünsche ich dir auch Norbert Schön, dass du mit dabei bist Also schöne Schnappzahl Ist es ja 111 Da sind gleich unter 100 Zuschauer Heidewitzka Guck mal, der Markus fährt das Blaulicht und hat es Blaulicht aus Ach guck mal, die sind so am Schieben Ja Andy, ich warte auch auf eine Helferaufgabe Die sind so am Schieben Ja, so kann man auch schieben Die schieben so und dann erstmal in die Ecke rein Okay Ja, das geht aber jetzt schnell, Attila Wie, schon fertig? Ach Tim, alles gut, nichts passiert Wie schaltet man diese BGA an? Exitus, was meinst du mit, wie schaltet man die an? So was hier mit Paul? Ich und Markus sind halt die Leckmaschinen auf dem Server Wie die Leckmaschinen Also was meinst du jetzt mit Leckmaschinen? So Ähm Das wird der Markus schon wieder Guck mal Ja, kennst du ja, wenig Zeit immer wirklich Freut mich mehr, dass ich wieder ein bisschen dabei war Ich schreibe dir, viel Spaß noch Und heute mal wieder ein extra Dank, mache ich Philipp, danke So Okay, jetzt mal Hand aufs Herz Also Markus, er hat geblinkt Er hat die Feldeinfahrt genutzt Also Eigentlich So Bisschen viel Aber der zweite Exter kann ruhig auch noch dazu kommen Heidewitzka hier Okay, hier sind halt alle unterwegs Ich fahr mal kurz hier vorbei Vorsicht Was musst du Was meinst du jetzt mit Hä? Man muss ja anschalten Oder gibt das nur bei dem Wo man Was meinst du jetzt mit Anschalten Ist ja für mich Das ist BGA Der Fermentierer läuft Oder was meinst du jetzt mit Anschalten Wollen wir mal wieder ein Bilderwettbewerb auf Discord machen Weil soweit ich weiß, war ja Daniel zuständig Daniel und Jasmine waren dafür zuständig Ein Bilderwettbewerb Ja, könnte man auch mal wieder machen Kleines Gewinnspiel da raushauen Zum Beispiel Gewinner bekommt Das Das Was Geht Ab Was für mittlere Das war für dich eine riesige Daniel, du bist doch nicht mehr Das geht doch nicht Let's go, Freunde Herzensspam Der Junge Das ist doch nicht normal Eine mittlere Spende Es ist zu ruhig Rotes Herz Ey Daniel Ey Daniel, vor genau sieben Tagen War das für dich eine große Spende Da hast du auch geschrieben Die ganz Große Spende Rotes Herz Du hast es da die ganz große genannt Du hast es da die ganz große genannt Und jetzt müssen wir sagen, das ist für dich eine mittlere Das ist doch Alter Daniel Gleich haben wir die 80% Und du bist Das ist der Wahnsinn Das ist der Wahnsinn Gero, Moin Das ist die Ostseeküste Wahnsinn Wirklich Vielen, vielen Dank An den Lieben Daniel Maxi Ausrufezeichen Mitspielen Da fehlen mir die Worte Wirklich Sollen wir in das Silo hinten Jaja Die Silo vorne ist Ist voll Lohn war da Das überschüssige Geld muss weg Achso Stimmt Ihr habt ja Lohn bekommen Jetzt haut da auch noch ein Upgrade zum Großbau raus Daniel Vielen Dank Wenn die Spendengröße immer größer wird Ist bei Daniel plötzlich 2000 Euro Eine kleine Spende Daniel In zwei Monaten ist eine kleine Spende dann 2000 Euro Wahnsinn Das ist der Knaller Habt ihr alle Lohn bekommen Das ist überschüssig Geld Jaja Klar Das ist nicht mehr normal Hallo Soul Reaper Dankeschön Daniel für das Upgrade Wahnsinn Absoluter Wahnsinn Daniel Wirklich Vielen, vielen, vielen Dank Dafür Ich weiß das sehr zu schätzen Euren Support Wirklich Leute Glaubt es mir Ich weiß das sehr Zu schätzen Auch in meiner Größe Ist das für mich Verdammt viel Ich finde 5 Euro sind schon viel Geld In der heutigen Zeit Und das ist einfach nur Zu krass Also wirklich Ganz ganz großes Dankeschön Geht raus an Daniel 4 bei einem Abfahrer Ja die wollen halt ins Fernsehen Obwohl das geht eigentlich noch Goldenes Grünchen Ich komme Andy 19 Monate 19 Noch 5 Monate Andy Dann kommt das goldene Grünchen Andy ist zum Beispiel Azubi Er spendet oder er supportet Jeden Monat Mit einem Euro Und 99 Cent Also falls ihr da was habt Leute Vielen Dank dafür Der Praktikant Könnt ihr sogar Ab 99 Cent Im Monat haben Wahnsinn Wir haben 480 Mitglieder LS22 Best Game Herzlich Willkommen Janis Herzlich Willkommen Der Server ist von Maurice Wir werden gleich durchwechseln Wir werden gleich durchwechseln So Ab zur BGA Lass mich doch kurz Zur BGA fahren Und dann werde ich durchwechseln Dicker Biber Herzlich Willkommen Moin Schön dass du da bist Goldenes Grünchen Ich komme Andy Es sei dir gegönnt Selbst die Monatoren In 6 Monaten Hab ich Platin 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 Ja Ich glaub du wärst Einer mit der ersten Dann Die Platin Bekommen Und dann noch mal 6 Monate weiter Habt ihr Rubin Nein Erst Rubin Und dann Platin Rubin war doch nicht so viel wert Wie Platin Wieder mal ein richtig guter Stream Gero Dankeschön Schön dass du mit dabei bist Hab mir einen neuen Geldfresser gekauft Rate mal was Einen neuen Geldfresser Okay Da muss also irgendwas sein Was Was täglich Geld kostet Ein Roller Dkw war Freu ich mich drüber Schön dass du mit dabei bist Darf ich gleich schon mit spielen Finlay Erstmal die die noch nicht mitgespielt haben Ah ja Erst Platin Dann Rubin So war das Ja ist richtig Da sieht man aber schnell die Zeit vergeht Aber das stimmt wohl Norbert wie lange bist du jetzt schon Mitglied Bist du auch glaube ich Im 30. Monat 35. oder Kann das sein So was ist denn hier los Also hier stehen erstmal Zwei Traktoren Und was mit Luca Aber Luca hat eh die Ritekart Was machen die hier So glaube so ungefähr Ja so Pi mal Daumen So Pi mal Daumen Ja so was für ein träger ist als einsatzfahrten das ist ein class action 800 special edition 870 in der sonder lackierung sowas hat an die fast ein push maxi s das ist das habe ich jetzt was in meiner kindheit verpasst morris jetzt gekommen was mit dem silo passiert was soll damit passiert sein wegen der farbe nicht erkannt ja es hat so sonder sonder lackierung war finden soll aber du könntest mal wieder putzen ja klar peter mitspielen kann jeder ach so ich sollte ja wechsel machen so moment ja nächster wechsel freunde joint im server ist es plätzchen frei so ich muss mal waschen hat mir hier nicht irgendwo ein kärscher stehen machen wir denn moment wo haben wir denn haben wir keinen kärscher platziert haben wir hier keinen kärscher mann wenn ich das ich wusste hätte weil eigentlich ist der hier hier perfekt so an der tanke steht einer hatte ich doch schon ein sascha kommt achtung bringt eure traktoren in sicherheit ach das stimmt da dann kommt das jetzt weg so sascha joint im server leute bringt euch in sicherheit ja norbert ich werde alt ich werde alt und mein po tut mir weh leute der rücken macht wieder zu gut ich sitze jetzt hier aber auch schon und keule kommt auch so jetzt ist der untergang vorprogrammiert leute jetzt ist der untergang vorprogrammiert sascha und keule kommen rein jetzt ist vorbei bringt eure bringt eure traktoren kinder und alle erwachsen bitte einmal in sicherheit spielen stehen das geht nicht ich habe keine elektrischen schreibtisch ich habe schon überlegt mir sowas zu holen die dinger kosten aber 250 euro so ein elektrischer so ein elektrisches fahrgestell und ich wüsste nicht wie ich das hier mit den ganzen kabeln und so möglich machen weil das geht ja einfach nicht weil ich habe ja zwei bildschirme an der band montiert und wenn ich den schreibtisch dann hoch fahrern dann verschwinden die ja hinter meinem großen bildschirm untergang wäre wenn ich auch noch drauf käme kannst du kommen so meine wildcard geht los ok freunde ja ich würde dann jetzt mal offline gehen war ein schöner stream wir waren immerhin jetzt eigentlich vier stunden live wünsche euch allen noch einen schönen tag bevor der chaos jetzt los geht war ja schon gut was hier weg gehauen ne also man muss schon eine gute runde ja komm ich hol mir noch was zu trinken so ja das ist auch geil basti würde ich habe mir mal ein gestell rausgesucht kostet 250 euro aber bei mir geht das einfach nicht weil wie gesagt ich habe ja auch das ich habe ja wie gesagt zwei bildschirme an der wand das wäre fies würde ich doch niemals machen so sascha will nicht ja sascha muss erstmal erstmal ankurbeln sascha hier ich bin doch da komm put 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 schmeißt das dinge an früher hieß es bringt eine frauen sicherheit heute bringt dich selbst in sicherheit norbert kann ich kann ich bei dir asyl beantragen wenn die zwei chaoten jetzt hier auf dem server sind jetzt geht's ab hier leute jetzt geht's ab sascha und keule langjährige abonnenten auf meinem kanal auf dem server das das kann dass das das kann nicht gut enden hier hast auch schokolade norbert sonst sterbe ich oh mann irgendwie steht da immer verbindet einmal spielen neu starten wenn du glück hast geht es dann was eigentlich mit zogro weiß ich nicht nebio was der heute macht genau ein rechtlichen schönen sonntag die und deiner frau und bis zum nächsten alles klar denn jetzt macht's gut danke fürs zuschauen ein wunder dass das schon noch reifen auf den felgen hat ein wunder dass er überhaupt noch reifen mit felgen hat ich hätte ihm eigentlich einen bandlauf verkaufen sollen ja heute vorhin erst gekauft echt geil ich mag dich krass bin ich wo reingefahren denn mein spiel hat sich aufgelenkt dann habe ich nie wir hatten wechsel gemacht um ich muss tanken sehe ich gerade mein klas ist fast leer so der sascha braucht schon mal den nächsten abfahrer leute hier abfahrer wir müssen jetzt mal hier richtig was wegballern die profi hexer sind da wir brauchen jetzt hier abfahrer beim sascha nein weiß nicht wenn sie auf ehrengrad hast du immer einen trecker gehoffener haben die reifen gefühlt stimmt da war mal einer verpackt ja jetzt muss tags in die krass das hast du solche sachen noch weiß jetzt kommen aber extrem viele konsolenspieler rein das finde ich gut leute weil die haben immer am meisten die probleme die server zu joinen weil weiß ich irgendwie was auffängt und das server wird voll angezeigt aber jetzt kommt richtig viel Digga bieber weiß noch nicht muss immer gucken wie lange der runde mitmacht wie gesagt ich bin ja eigentlich schon seit viertel vor elf hier unterwegs Achso bananenesser ja gut dann ja den nächsten platz zum hexer nehme ich heidewitzka wo soll das nur heute enden hier ich finde es gut dass so langjährige Abonnenten und supporter hier mit spielen da denke ich war haben wir dann auch wieder was richtiges gemacht wird die dann alle mitspielen können Luca hat das geilste gespann auf dem server du bist so voll black beauty ne ich so gar nicht Wobei okay der action ist jetzt auch ein black beauty da hat aber wenigstens noch ein paar konturen mit drin Warte ich mal wo ist er denn achso mit dem fliegel ja okay ja Ja naja Ist halt sehr dunkel Ach alles gut bananesser ich glaube nicht dass was passiert ist Gefühl gucke ich auch schon die ewigkeit zu sein von mega dankeschön Dicker bieber der nächste konsolenspieler kommt rein Wie gesagt heute habt ihr wirklich die chance alle mitzumachen weil es ist nicht viel los auf dem server im live stream Server ist voll im live stream aber ist nicht viel los deswegen Hat man eigentlich die chance dass sie jeder mitspielen kann Auch kann seitdem ich auf pc zog in einem server nicht mehr beitreten woran liegt das das weiß ich nicht Da muss hatte vor sein dass ich auch nicht drauf bin als häxler fahrer. Oh mein gott Ich will sie noch den 19 an nehmen momentan nicht So wir fahren wieder unsere genüssliche runde hier steht wieder ein nicht bemannter trecker herum Der müsste da bitte mal besetzt werden also server müsste ein tritt voll seine Kann das ans team die nie auf gar keinen fall wenn lucas team und Aus dem store selbst können zusammenspielen Hast du die aktuellste version wenn denkt an giants hat ein update rausgebracht vor allem denkt dran ich habe sie selber vergessen Sind die jetzt mit allen drei häxlern hier auf einem feld Sind wir mit 1 tatsächlich alle drei häxler auf einem feld Sascha schreibe am besten in den live chat also in den chat hier im spiel chat spiele ich ja nicht live chat in den spiel chat Ich weiß markus Wir sind jetzt mit drei häxler auf so einem riesen feld okay wenn die sich gut aufteilen dann ist das eigentlich wirklich auch sehr gut Echt nicht okay einsatz fahrten ja klar Darf ja eigentlich jeder selbst für sich entscheiden Also speziell konsole stimmt jetzt habe ich tatsächlich die bga eingefahrt verpassen Du hast das update vergessen aber noch ein video dazu gemacht ja genau Genau ja ich habe alzheimer ich habe nicht mehr daran gedacht dass er sascha konsolenspieler ist So ja jetzt haben uns festgefahren jetzt müssen wir erstmal geguckt können Wunderbar Richtig stolz auf diese einfahrt die ich hier gebaut habe Markus du musst rechts rum Genau Kleinen wendekreis wie ein panzer Warte fahrt gerade eine mail bekommen dass ich in einem monat geschenkt bekommen habe danach gesehen dass das wohl von damien gekommen ist Ach gar nicht mitbekommen kirchen ja du hast geschenkte mitgliedschaft bekommen Hab mir gestern die rallye der altfarm für den 22 und ein ja die ist auch gekommen habe ich gesehen ja The rallye der altfarm King borschi do wir fahren hier anständig das heißt rechts Felix guten mittag herzlich willkommen Kann ich hier rum fahren johne Kann ich hier rum fahren johne So wunderbar Wunderbar Hat die haben ja was zu tun Leute ihr müsst schieben 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 Der hat mir eigentlich ein cashier gekauft um zu putzen und jetzt habe ich nicht geputzt Der markus hängt ja immer noch in der bga Sollte mir jetzt noch die trenze fahrt runterladen ja Hahaha Ja Da Da Der macht mir angst Der bga profi fehlt aber warum kommst du dann nicht auf den server halten und der machte echt angst der markus hier es gibt ja wirklich nichts schlimmes als diese verdammten 100 prozent vom bei verdichtenden zu bekommen dank mal ja auch nicht habe ich kein spritgeld für markus da ich noch fragen bis er hier im chat was hast du für eine internetleitung die könnte natürlich richtig schwach sein dass bei ihm wirklich am lenken ist ne soll ja wirklich mal vorkommen hier 123 alle wollen sie zu bga wo fährt christian hin ach torsten hab dich nicht so zu teuer wenn der erst wird neuer gemietet ne wird neuer gekauft jetzt fest im händler ja mein tracker ist leer ich hätte gerne neun kann stehen hier abgeben dann wäre ich also normal leute wenn man sich ein neues auto kauft dann sind die tanks auch immer leer ne das schaue bin unterwegs ich gebe schon vollgas hier paul marcus machst du paul danke ich fahr zu sascha so wo ist er denn wo bist du wie warte ein riesen feld hier weiß ich noch nicht anders ist auch open-end livestream wie gesagt wir sind ja schon seit viertel vor elf offiziell unterwegs ich glaube der ist ganz hinten kann das sein aber fällt mir schon ordentlich runter ich glaube hatte sascha hattest du ist die ganze zeit kein abfahrer du stehst immer noch an der gleichen stelle das tut mir echt leicht kann man der sascha steht immer noch an der stelle wo ich ihn krass der sascha steht wirklich noch an der stelle wo ich ihn verlassen habe Leute wo sind die abfahrer Wir brauchen hier abfahrer ist der server voll Let's go freunde wir brauchen euch hier 2 4 6 8 10 12 14 15 oder 16 sind wir Ja gas gas hier so rundum leuchten aus damit der sascha weiß dass ich noch nicht voll bin der arme kerr hat die ganze zeit auf mich gewartet Kaum rausgefahren zurück zum händler tankler hätte gern einen neuen Welcher traktor verbraucht eigentlich am meisten sprit hat man sowas schon mal herausgefunden Also welche wirklich so spritfresser sind Sollte man doch bestimmt schon mal so studiert haben oder welche traktoren wirklich so den den meisten sprit verballern Das wäre denke ich mal nämlich ganz interessant mal zu erfahren Weil ich gehe ja mal davon aus das hat man auch schon bei pkw getestet man weiß ja genau was du denn durchschnittlich verbrauch ist dass man da genau so eine so eine Ja so eine aufliste machen kann hör mal hier das ist eine spritschleuder Fendt echt Paul was gibt's Fendt ist eine spritschleuder wirklich Zieht Fendt sich so viel ich habe keine ahnung davon leute ich bin ja Befasse habe ich mit sowas eigentlich noch nicht befasst bis jetzt Ich habe heute das erste mal wieder seit über einem jahr mit gespielt und es war richtig cool Bananenessert über ein jahr Wie hast du das denn ausgehalten So werden wir mal soundbuck hört ihr ihr hört nur den häxler Es steht da fahrzeug wieder in paula hast du dein fahrzeug leer gemacht Warst du schon tanken neben euch aber jetzt Der paula hat sein sein trecker leer gefahren ja paul du hättest tanken müssen Ja komm paul 60.000 wir können auch keinen neuen häxler kaufen wir haben jetzt tatsächlich das problem dass paul seinen tank leer gefahren hat Das stimmt norbert das stimmt das könnte man wirklich zu testen Nein schon die erfahrzeugen keine ahnung der paul hat seinen häxler leer gefahren auch pauli Könnt ihr meinen du heißt kevin ja jetzt haben wir lernen häxler jetzt haben wir natürlich das problem Ich wüsste jetzt den tag stankstelle kaufen eine fahrbare Ja ich muss kurz warten ich muss jetzt erstmal hier nicht von sascha noch Fertig vorladen lassen Martin du letzten runter dann muss das spiel einmal neu starten Guck mal sascha jetzt hast du abfahrer hier so freunde mir ist das aber auch hier zu ruhig wie der daniel immer sagt lasst die jukebox laufen lasst gern ein kostenloses abo da Ich kann mir vorstellen dass die 111 zuschauer alles schon abonnenten sind Einmal zurücksetzen habe gehört dass dann wohl ein bisschen dazu kommt echt Ist das ist das wirklich so einmal zurücksetzen und dann soll ein bisschen sprit dazukommen Und ist ihm so Fendt spart mit dem barium betriebe also dann weniger sprit verbauen Okay Und paul immer noch leer Stimmt oh geil ja paul dann direkter weg zur bga bitte Schon wieder konsole die die joinen will was mit den beziehspielern los So Steht der jetzt echt vor der Ach da ist die feldausfahrt Ich hatte jetzt gedacht der trecker hier steht genau davor Aber nein ich bin einfach nur dran vorbeigefahren Kevin spiel neu starten Am besten den traktor schieben ist spritsparen da ja und der andere traktor der verbandert dann mehr sprit es wäre auch glaube ich war ganz gut herauszufinden ob Ob das spiel so realistisch ist dass man wenn man zum beispiel einen vollen anhänger dran hat ob man dann mehr sprit verbraucht Alles klar jannis macht das Das wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen Verbraucht der im spiel mehr sprit wenn man Wenn man in vollen anhänger hinten dran hat oder grobern muss zum beispiel das verbraucht ja alles eigentlich viel mehr So ich muss jetzt dran denken tanken Man verbaut der mehr es gibt einen mod der das anzeigen kann auch das ist gut aber der mod ist wahrscheinlich nicht cross plane Vorsicht rennfahrer kommt Zweite ich auch warum da nicht so viel los ist auf den feldern weil die sind hier mit drei leuten am aufschieben Ich bin sehr lustig wie die das silo machen dass sie das von rechts nach links machen Mal wenn sie schiebt man mal rein aber so die variant finde ich auch mal ganz cool das halt mal was anderes Die schieben halt von rechts nach links So tanken und während der tank kann man hier deswegen auch Direkt einmal putzen Schön die alubaut wenn die hier sauber machen Hey das noch dreck Der spritverbrauch ist auch nur die pc ja gut dann kann ich ihn eh nicht nutzen Hallo Pauli Da ist er ja so direkt mal noch hier gratis putz aktion Da du auch noch genau damit wieder wach wirst So Wusstet ihr dass er so schön aussehen kann So freunde ich muss aber jetzt einfach mal kurz nähe eigentlich länger ich müsste mal wohin Stell mich kurz hier an seite damit die hier platz haben Ich bin ich bin gleich wieder für euch da So können wir müssen da beobachten was die so am machen sind ich bin jetzt hier gleich wieder da ne also Ein bisschen geduld sonst gibt es wieder bauchschmerzen die weg Ich bin gleich wieder da an Leute Ich bin gleiche In der Es gibt zu ich bin gleiche In der Ich bin gel Ich bin Wenn ich bin Ich bin Ich bin Ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 so ihr seht ja mich selbst hat die haben da hinten rüber geschoben natürlich ist doof naja ich bin mit meinem 2 flip 4 voll zufrieden du hast zwei moment du hast zwei flip 4 also du hast zweimal das z flip 4 zweimal ich glaube der alu passt da nicht rein oder kann das sein von der höhe her doch müsste eigentlich oder oder hast du ein set fliege für das ist doch schweineteuer das handy irgendwas mache ich in meinem leben falsch doch müsste eigentlich da rein passen z flip 4 das kostet keine ahnung was kostet 500 euro aber das ist geil ja also dass das handy hat auf jeden fall war es ja wenn man sich da rein der passt nirgendwo rein da wird jetzt da abgestellt mehr wie 500 echt läuft bei euch läuft bei euch so was mit dem ton hier los mann 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 ich fahre mal doppeldrehschirmen jetzt muss ich die aber erstmal hier rausbekommen weil anscheinend wollte die irgendeiner nicht mehr haben und hat die irgendwie hier so abgestellt tschuldigung dass ich das gerade so machen muss geht aber nicht auch noch das handyvertrag macht das möglich ja gut das das stimmt so und dann komme ich mit iphone 14 pro ihr seid alles bonzen ich habe nokia 63 00 fußball fern hendrik nein so einmal kurz hier sauber machen du wolltest auch noch pizza raupe was also pisten raupe ja die sind da gerade so schön dran da will ich nicht stören so hey du hast ja voll das gute hände wollen wir tauschen gegen iphone 11 nein meins kann runterfallen und nichts geht kaputt mein bruder hat sich ein iphone 14 pro max für 1500 euro kaufen alter verwalter damit 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 könnte ich die op meiner frau bezahlen 1500 euro da könnte ich locker die op meiner frau mit bezahlen zumindest ein teil davon so wir machen noch mal ein wechsel mein lieben freunde da sind ja noch die ein oder anderen die hier gerne mitspielen möchten dann dürfen die das auch gerne machen so dem muss ich mal kurz wildcard geben und dem muss ich wildcard geben zack wahnsinn 1500 euro für ein handy 1700 euro ihr seid da des wahnsinns klar vertragsverlängerungen ist das immer möglich da kriegst du so ein handy für einen euro oder für eine kleine zuzahlung 100 vielleicht 200 euro aber dennoch 1700 euro für ein handy ausgeben das ist schon eine hausnummer so ich werde eigentlich hierüber auf das feld weil da steht der häxler aber hier ist kein übergang ne ne gibt es kein feldübergang eugen dankeschön für einen monat mitgliedschaft ich habe das früh gehabt das ist ein august ja tun sie ja auch aber dahinter steckt halt ein vertrag naja grundsätzlich klar ein handy kostet einen euro aber mit einem vertrag da kosten dann die ersten zwölf monate meistens weniger nein markus erstmal die die noch nicht mitgespielt haben jeden die gleiche chance geben da kostet die handys meistens die verträge die ersten zwölf monate weniger wie die da ist der einst die einfahrt wie die die den nächsten zwölf monate ihr findet mein server nicht als server schon wieder abgeschmiert ich habe mein iphone 15 pro max vorbestellt für 1800 iphone 15 gibt es schon ein von 15 ich keine ahnung so freunde des guten mitspielen ich glaube ich muss den server neu starten auch man jetzt sind hier doch zwei abfahrer na egal ja gut dann jetzt kann ich jetzt kann ich hier auch weg wieder doch es geht doch es geht server ist da also wenn konsole joinen kann dann könnt ihr das auch der luka du kannst durch fahren will er mich vorlassen mann luka bist du nett an jemand kommt dir zur rettung ich habe jetzt mal den doppeldrehschere gepackt brandner mal schon und pc later also wenn die konsole joinen kann dann sollte man sich jetzt gedanken machen weil normalerweise kann die konsole nicht joinen wenn das server abschmiert ich habe das gefühl der frankie wird hier alles weg bekommen mein bruder benutzt das handy drei jahre und danach kauft er sich ein neues 4500 wo wenn man gut verdient nur wenn man gut verdient dann kann man das schon so machen denke ich ne nur gleich mal mit meinem hundi spazieren gehen ich war mit der um halb zehn manchmal hält die auch den ganzen tag der hat manchmal gar kein bock zu gehen ne ich will eigentlich schon so drei bis vier mal tag mit meinem hund schöne runde gehen alter ja moin prostmals oh mein gott daniel 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 du machst mich fertig eine große spende es ist zu ruhig rotes herz rotes herz mein gott leute das ist doch heute schon wieder nicht normal kannst du nicht ernst meinen daniel abges kell breathe ab nochmal ab normal ab normal ab normal hey daniel vielen dank mir baker aber ernst meinen kannst du das trotzdem nicht vielen vielen dank langweb so an und open and stream ja siebtes jahr bin ich jetzt mittlerweile daniel vielen vielen wirklich ganz großes dankeschön so ich muss mal kurz hier was gucken keine anleitung mir fehlt grad wissen die worte daniel fühle ich wirklich von mir gedrückt dankeschön dafür vielen dank für deine hilfe vielen dank für für alles überhaupt das ist das ist er ist schon selber gegangen okay das das ist doch nicht normal hier ich habe gänsehaut daniel ganz ganz großes dankeschön daniel wirklich das ist nicht normal das ist das ist hammer daniel wirklich ich weiß nicht was ich sagen soll mir fehlen wirklich die worte dafür ich komme da gerade echt nicht drauf klar vielen dank an daniel und vor allem es war nur die große spende nicht die ganz große nein das ist doch nicht mehr normal inklusive kostenübernahme wirklich großes fettes dankeschön vielen dank für deine hilfe das ist 81 prozent wirklich glaube ich muss echt den server neu starten also konsole kann joinen pc irgendwie nicht habe ich jetzt irgendwie über den chat gelesen bist du bei nicht bei einer spende immer sprachlos ja aber was sie das ist doch das ist doch nicht mehr normal diese größe natürlich rassi die jahre zu kommen der macht mich fertig der jung der macht nicht echt fertig soll ich mal testen was willst du jetzt testen ob das server geht wie wenn du auch noch kommst dann ist hier ganz vorbei Elias ausrufezeichen spendenziel steht aber auch oben rechts so ich bin jetzt einfach mal voll bin zwar noch nicht ganz voll aber ich war rüber also ich finde es gerade recht lustig dass du die konsole joinen kann das letzte war nur pc jetzt kann nur konsole joinen ich finde das gut die auch endlich mal alle mitspielen hendrik klar multiplayer jetzt ist mal nur ps4 stream ja so quasi ne alles tschuldigung 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 ja wir starten jetzt einfach mal ein neues kein problem wir müssen aber erst gucken dass sich wieder Sascha und Keule Zeta reinbekommen, ne? So. Und ich guck, dass die hier wieder reinkommen. Guck mal, geil, ne? Guck mal. Nur Xbox und PC auf dem Server. Außer meine Wildcard der Luca. Zu geil, ey. Echt zu geil. Nein, komm, wir starten kurz den Server neu. Das ist ein typisches Problem vom LS22 Multiplayer, dass die Server sich gerne mal aufhängen und dann entweder nur noch PC joinen kann oder nur noch Konsole joinen kann. Das hatten wir schon öfters. Das kommt hier und da leider mal vor. Aber es ist grundsätzlich gar kein Problem. Dann wird der Server einmal neu gestartet. Guck mal, ich nutze das mal kurz und gehe mal gerade mein Handy holen. Weil nicht, dass meine Frau mir schreibt und ich das nicht mitbekomme. Du bleibst. Wo willst du hin? Es ist keiner da. Ich bin alleine. So. So, Server sollte wieder da sein. Da ist er. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass die Wildcards wieder reinkommen. Also kann sein, dass ich ein paar ablehnen muss. Okay, Sascha. Dankeschön. Okay, Sascha schon mal nicht mehr. Da kommt Luca wieder rein. Da muss ich wieder gucken, dass Keule wieder reinkommt. Keule. Okay, Sascha. Vielen Dank fürs Mitspielen. Will ich kurz noch gucken, dass Keule wieder reinkommt. Die, die ich jetzt gerade alle ablehne. Tut mir leid. So, da ist Keule. Perfekt. Jetzt können alle wieder joinen. Meine Wildcards sind wieder da. Sascha muss ja leider gehen. Aber der hat noch so viele Wildcards, der wird die in seinem Leben niemals alle einlösen. Heute läuft Patrick allein zu Hause. 3.0 Der Hund mag eher Frau schnallt sich. Ja, nee, das ist nicht unbedingt. Sie mag uns beide, aber... Ja. Ist halt... Ja, sie hat halt gehofft, dass sie nach Hause kommt. Aber... Das wird sie auch irgendwann. Aber das wird erst heute Abend irgendwann sein. Kannst du mir mal Discord geben? Ich hoffe, der Link ist noch aktuell. Das muss ich dir echt mal aktualisieren. Ich blick da nie so ganz durch. Am Handy habe ich übrigens nichts verpasst. Also der Hobel, da ist echt gemein, ne? Samantha, das hast du doch schon. Da bin ich mir sogar ziemlich... War das nicht so? Dass ich immer erst dachte, du hast keinen und dann hast du doch einen. Dadurch hast du aber schon eingelöst. Und selbst wenn... Immer vor Streamstart, wie ich immer sage, Leute. Ihr könnt nicht während des Streams einen Wildcard einlösen. So, dann gebe ich denen kurz wieder den... Ach, haben sie ja sogar noch. So, perfekt. Das ist auch geil. Guck mal da hinten. Die Pistenraupe, wo die drinsteckt. Auch geil. So. Sehr gut. Ich vergerne mit Drehschimmel. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen Drehschimmel haben. Da geht auch einiges rein. Mit denen kannst du einfach seitwärts abkippen. Leute, ich brauche wieder einen in der BGA, ne? Mindestens einen. Sonst haben wir da echt ein Problem. So, jetzt müssen wir überhaupt erst mal gucken, wo wir wieder hinfahren, weil die zwei Felder da waren eigentlich fertig. Ich denke mal, jetzt könnte man jetzt mal zu 33 zum Beispiel. Und da weitermachen. Habt die Zeit nicht immer dazu, aber danke. Sascha, hat mich trotzdem voll. Weil jetzt, glaube ich, eine knappe Stunde. Aber ist doch alles okay, Sascha. Die Arbeit ruft. Das Geld verdient sich nicht von allein. Die Frau will ja auch ihr Make-up kaufen, ne? Samantha, wie hast du das denn? Samantha, das kann man nicht nachgucken. Ich hab mir das aufgeschrieben. Oh, da ist das Blaulicht. Oder wie hast du das nachgeguckt? Du bist ja nicht mal mehr Mitglied. DJL, herzlich willkommen. Dankeschön fürs Abo. Hallo, SH. Wie lange? Nee, S einfach nur. Wie lange bist du schon live? Eigentlich seit 10.45 Uhr. Eigentlich seit 10.45 Uhr. Dann gucke ich noch was am Ende. Dann schreibe ich einfach nochmal an. Aber dann, wie gesagt, fürs nächste Mal dann. So, ich fahre einmal rum. Eigentlich müsste es jetzt bei 33 weitergehen, ne? Oder doch nicht. Geht es nicht mal 33 weiter? Moment, ein Hexter steht bei 4. Nee, da fahre ich jetzt nicht hin. Er ist 22, so. Du hast es nicht so mit dem Chat, den du hier nutzen kannst, ne? Ja, klar, Bauer Heinz. So. Ich muss mal kurz in den Flugmodus reingehen. Die waren doch hier auf dem Feld fertig. Ah, okay. Ja, okay. Die letzten Bahnen. Die letzten Bahnen. Okay. So. Wo sind denn die anderen Häcksler? Wir stehen jetzt kurz mal da. Ich muss morgen arbeiten. Jace, morgen ist Sonntag. So, jetzt hat Sascha einen schon mal zu Feld 4 rüber. Aber wo sind die anderen? Oh mein Gott, Alex ist da. Ja, Prost Mahlzeit. Ja, Wollo. Ja, Wollo. Ja, Wollo. Ja. 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 Die zwei hier müssten eigentlich beide rausfliegen. Moin Like ist da und lass es knallen. Mach ich. Alex ist in der Haus, Leute. Hier die zwei, die müssten eigentlich direkt vom Server fliegen. Ich sehe leider die Namen im Flugmodus nicht. Aber wie kann man so bescheuert fahren? Entschuldigung, dass ich das euch beiden jetzt mal sagen muss hier. Aber wie kann man so blödel sein? Da ist sie erstmal im Gegenverkehr gefahren. Dann einfach alle weggerannt, weil sie gedacht haben, sie wären unter sich. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Was ist jetzt hier? Alex. Alex. Alex, 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 Alex. So, da ist ein Hexler, da ist ein Hexler, da ist ein Hexler. Ja gut, das müsste ich eigentlich einmal rumfahren. Das Problem ist, ich kann hier nicht rumfahren, weil hier... Äh... Ach, Becca. Oh, geil. Ich habe schon gestern... Oh, ich erzähle ja gleich mal was, Jason. Ich kann jetzt hier leider nicht langfahren. Sorry, war mein... Ah, du bist das! Keule! Schäm dich! Schäm dich! Liebe geht raus. Hab dich trotzdem lieb. Ne, hier können wir leider nicht langfangen, weil hier ist so eine doofe... Ach komm, wir fahren die jetzt einfach. Ich kann es nicht ändern, hier kommt ja gerade keiner hin, wir fahren jetzt oben hin. Wer ist denn wieder mal da? Der Alex! Alex, Alex! Ein krasser Supporter hier. Dankeschön. Henrik, Ausrufezeichen, Discord. Vielen, vielen Dank. Alex, du machst mich fertig. Genauso wie... Alex, die sind hier alle halt am Übertreiben. Guck mal, 82% Leute. Ich bin euch so dankbar. Irgendwann, Alex, ich habe es vorhin im Stream erzählt, auch nochmal für dich. Die erste OP meiner Frau ist rum, hat sie gut überstanden. Es geht dir soweit gut. In vier bis sechs Wochen ist die zweite. Aber erste schon mal wunderbar abgelaufen. Ich hoffe natürlich, dass die anderen ein bis zwei OPs genauso laufen. Und Finn, danke schön für dein Abo. Du und deine Frau haben es verdient. Alex, Liebe geht auch an dich raus. Danke schön. Hechtig nur Humor. Wenn ich das so sage, ich muss irgendwie Danke sagen. Ich schätze das wirklich sehr. Und Daniel, ist die Jukebox jetzt laut genug? Ach ja, genau, Becca. Habe ich gestern noch zu meiner Frau gesagt, Jason. Meine Frau hat mir gestern ein Kaffeeteilchen mitgebracht. Das war richtig geil. Das war so ein ganz weicher Teig mit Erdbeeren oben drauf. Ja, so ein Erdbeerteilchen. Boah, das war so weich und saftig. Das hat so gut geschmeckt. Und da habe ich dann auch direkt zu meiner Frau gesagt, in meinem zweiten Leben werde ich Bäckermeister. Boah, das war lecker, ey. Das war so ein Erdbeertörtchen. Aber so ein ganz weicher, zarter, zartes Gebäck. So, boah. Mmh. Oh. Richtig geil. Danke, Thomas. Richte ich ihr aus. Und da habe ich wirklich noch zu meiner Frau gesagt, in meinem zweiten Leben, was ich bald habe, werde ich auf jeden Fall Bäckermeister. Ja, Alex. Also, Erste OP, wie gesagt, ist rum. Gut überstanden. Es geht ihr soweit gut. Das waren jetzt die Außenseiten. Man sieht schon was. Es ist natürlich noch sehr geschwollen. Grün und blau. Aber ansonsten sagt sie, sie fühlt sich gut. Und sie freut sich schon auf vier bis sechs Wochen, wenn dann die, hoffentlich. Entschuldigung, da kann ich nichts für. Freut sich schon darauf, wenn dann die zweite OP ist. Dann kommen die nächsten Stellen dran. Und bei der OP wird dann entschieden, ob sie noch eine dritte braucht. Weil, ich habe das vorhin erzählt, das Glypidem muss komplett raus. Das Problem ist, wenn du das nicht komplett behandelst, kann es wiederkommen. Dann kann das durch die andere Region sich da wieder ausbreiten. Da, wo es eigentlich schon operiert wurde. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass das komplett weg ist. Erdbeertöntchen haben wir auch und Erdbeerkuchen. Die waren so lecker. Sind zwar schweineteuer. Weil, ich glaube, es ist... Noch ist keine richtige Erdbeersaison. Es ist noch schwer an Erdbeeren ranzukommen. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Meine Frau hat das, wie gesagt, gekauft. Ähm. Es war richtig lecker. Wirklich. Ja, Keule, wir sind unterwegs. Best Game. Da bist du wieder zurück. Benimmst dich jetzt. Ansonsten gibt es einen Permaband. Das Haus ist gerade eben hingelaufen. Das Haus? Welches Haus? Äh, KeyJell. Ausrufezeichen mitspielen. So. Ja, Keule, wir sind unterwegs. Guck mal, alle schön verteilt hier. Ich bin mit Kirchner D. Der hat den Alu. Sind wir jetzt auf dem Weg zu dir. Ich komme mit Doppeldrehschemel. Das stimmt. Es ist noch keine Erdbeersaison von Deutschen. Siehst du, die kommen doch aus dem Ausland, die Erdbeeren. Das sind, glaube ich, auch ein bisschen teurer, die Törtchen und so, ne? Wo du reingefahren bist. Echt? Ach so. Ja, das kam aus dem Nichts. Das kam aus dem Nichts. So. Das ist so gefährlich, wenn die Leute hier joinen möchten. Hä, wieso war jetzt Lukas schneller? Ach so, Lukas ist schon fast voll. Okay, so. Rot umleuchten aus. Alu Cargo Fortuna. Richtig cooler Anhänger. Vor allem Leichtbau, ne? Der ist komplett aus Alu gefertigt. Deswegen leichter, deswegen kann er auch mehr laden. Sehr geil, Jason. Äh, Best Game gar nicht. Mein Team ist voll. Und so schon mal. Best Game. Vor allem du, du, so schon mal gar nicht. Das ist nicht böse gemeint, aber du hast gerade so in den Chat reingespampt. Das ist einfach nicht erwachsen für mich. Ein Unfall? Wo? Ich will nicht von einem Unfall hören. Ah, guck mal, Coil. Jetzt kommen sie alle hier. Coil hat keinen Bock zu häxeln. Auch gut. Ne, ich häxel jetzt nicht bis zum Ende. Ich fahre jetzt mitten durch. Warum? Ja, ich kann halt Coiler heißen. Da geht das schon mal. Hendrik, dankeschön. Äh, Nordrhein muss ich noch machen. Doch, Gigi, auch du siehst die Bot-Nachrichten. Außer du hast sie geblockt. Kann aber eigentlich nicht sein. Du wüsstest sie eigentlich auch sehen. Also sie sind zumindest für jeden ersichtlich. Äh, LS22 Best Game. Letzte Verwarnung. Ansonsten Permaband. Dann kannst du dir einen anderen YouTuber suchen. Alex. Wer Alex anmacht, hat bei mir direkt verkackt. Alex ist so ein guter Freund für mich. Best Game, halt dich zurück. Ich sag's hier einmal und nie wieder. Wir sind hier erwachsen. Wir können miteinander reden. Und natürlich darf der Alex nicht darauf hinweisen, dass wer, wer fragt, kein Mod wird. Weil das ist meine Regel. Wer fragt, wird kein Mod. Das ist leider einfach so. Was heißt leider? Das sind halt Regeln. Ich finde es halt unverständlich, um Mod zu fragen. Mod wird man nicht einfach so. Das ist wirklich eine Prozedur. Fragt, fragt mal mein Moderatoren-Team. Wie lange manche dafür was getan haben, um hier Mod zu werden. Na? Jasmine, muss man sagen, wurde ziemlich schnell Mod. Das war aber einfach nur der Grund. Ich hab mich auf Anfang an mit ihr gut verstanden. Und ich wollte unbedingt eine weibliche Moderatorin noch dabei haben. Damit sich auch die weibliche Abteilung bei mir wohlfühlt. Da war auf meiner Map Schluss. Fahr da gleich zurück. Du hast eine komische Map. Da muss ich aber alles sagen, dann hast du ja eine echt komische Map. Endplay, du bist ein Faker. Tschüss, Sikowski. Ich finde diese Faker so peinlich. Also, dass denen das nicht peinlich ist. Du musst näher ran. Genau. Mod muss man sich verdienen. Das kann man nicht. Also, sich nicht erkaufen. Ja, erkaufen sowieso nicht. Du, Basti, du könntest mir 5000 Euro hier auf den Tisch legen. Meinen werde ich jetzt Mod? Nie. Ein Mod hat wirklich... Äh, moin Philipp. Äh, ein Moderator hat wirklich... Ja, auch Julius. Moin. Kein Problem. Eine, eine Verantwortung zu erfüllen. Wisst ihr, ein Mod, der, der muss ja wissen, was er macht. Ich muss ja wissen, mit wem ich das zu tun habe. Und der hat hier eine Aufgabe. Ich finde, Moderatoren sind wichtig. Vor allem für das Dasein meines Kanals. Das ist, das ist einfach so. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich bin auch schon sechs Jahre dabei und noch kein Mod, Patrick. Und jetzt, ja. Selbst das, guck mal. Und Sascha ist Top-Spender. Also, der hat mit Alex letztes Jahr mit so einem krassen Support rausgehauen. Na, also, das Erkaufen sowieso bei mir nicht. Wenn das Erkaufen wäre, dann wäre Basti ja schon dreimal Mod. Kann mal bitte einer... Moderator, ist einer da? Endplay. Du heißt, du heißt wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wie du heißt. Ist mir aber eigentlich auch egal. Weißt du, woran du dich ganz einfach verrätst? Das Häkchen fehlt. Aber, pass auf. Wenn du ja sonst keine Hobbys hast und du keine Freunde finden kannst, dann kannst du das gerne machen. Ist ja kein Problem. Naja, aber... Ob es dir jetzt in deinem Leben was bringt? Ich zweifle dran. So, einmal bitte Befüllung hier. Dankeschön. Herr Keule wollte Abfahrer haben. Jetzt hat er so. Und wer fährt zehn so rum, ne? Der Julius, das ist die Ostseeküste. Achtung, Pfeiler, bitte nicht gegenfahren. Nein, nein. Mach ich nicht. Nein. Mach ich nicht. Boing. Ja, Herr Keule, der hat tatsächlich Kollisionen, der Pfeiler. So leid es mir tut. Der hat tatsächlich eine Kollisionen. Man glaubt es kaum. Die meisten denken, dass diese Pfeile auf den Maps, so wie es meistens ist, keine Kollisionen haben und man durchfahren kann. Ist aber hier nicht. Fragt ja auch nicht nach Mod. Schau einfach zu und schau den Stream und er gefällt mir. Ja, wobei man sagen muss, der Basti, der schreibt mich immer nach dem Stream an. Wann werde ich Mod? Wann werde ich Mod? Max, das ist ein Faker. Leute, Faker sind ganz einfach daran zu erkennen. Ihr kennt bestimmt YouTube-Kanäle, die einen Haken haben. Wenn die keinen Haken haben und dann als Faker kommen, dann sieht man direkt, oh, das ist nicht der echte. Und selbst wenn ein großer YouTuber bei mir hängen würde, dann würde ich mal fragen, warum? Ich bin doch ein kleines... Obwohl ich habe gelernt, so klein bin ich gar nicht. Ich glaube nur... Wie war das? 9% aller YouTube-Kanäle haben über 1000 Abos. Und ich glaube nur 2% über 10.000. War das irgendwie so? Nein, das war ein Witz jetzt, Basti. Ich mach doch nur Spaß, weißt du doch. Nein, natürlich schreibt er mich nicht nach dem Stream an. Überall werde ich nicht so endlich mal. Ich hab so viel Geld gespendet. Nein, Leute. Das war nur Spaß. So. Ich bin voll. Tschüssi. Also ja, 98, aber lohnt sich jetzt. Dann lieber abfahren. So, vorsichtig hier mit Doppeldrehschemel. Ich bin ein bisschen länger als andere. Hab nur 37.000 Liter drin. Ja, man könnte auch mehr fahren, aber ganz ehrlich, ich war gerne mit Doppeldrehschemel. Bin ja sowieso großer Fan der Drehschemel. Ich finde die einfach... Allein schon in der Wendigkeit richtig schön. Rückwärtsfahren, ja, ist nicht für jedermann was, aber du kommst halt gut um die Kurven rum, ne? Mit einem Doppeldrehschemel. Oh, you got a message. Ich hab eine Nachricht von meiner Frau. So. Polizmann, herzlich willkommen. So, benimmt euch alle hier. Die Polizei ist da. Ich würde sagen, 300 Likes sind noch drin, oder? So, ich sollte vielleicht mal Vollgas geben. Einmal kurz abgelenkt. Und schon fährst du nur noch mit Halbgas hier rum. Wir fährten da vorne. Warum bin ich schneller als der... Canplax, hast du das Gas nicht gefunden? Ich will doch nur meine Rundleuchte anmachen. Findet ihr das Gaspedal nicht? Ach, ich glaube, der Fett Case, ne? Ja, der Klaas hat halt ein bisschen mehr Power, ne? So, wunderschön gefüllte BGA hier. Na, aber guck mal, er denkt auch dran, ein bisschen hier auszuholen, damit man nicht an der Ecke hängen bleibt. Und hier der Hobel, der ist echt fies. Der hier ist wirklich echt fies. Den hab ich aber halt so eingebaut. Aber da sollte man nicht mit Knallgas drüberfahren. So, Agrapix hier schön am Aufschieben. Okay. Bin dann mal raus, noch kurz ne Mütze voll Schlaf... Ne Mütze ziehen habe ich gelesen. Ne Mütze voll Schlaf oder Nachtschicht. Alles klar, Sascha. Vielen Dank nochmal fürs Mitspielen. Vielen Dank für deinen Support. Und Dankeschön für deine Hilfe. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ne ruhige und angenehme Schicht. So. Camplers hat gedacht, dass Bremsen da ist das Gas. Ja, das kann auch sein. Das kann auch sein. Das kann auch gut sein. So. Einmal wieder zurück. Achso, Moment. Ich muss mal kurz was hier abklären. Aber dafür kann ich ja kurz mal hier stehen bleiben. Solange jetzt keiner kommt, denke ich mal, stehen wir auch keinem im Weg. So. Also ich bin auch noch da. Ich muss nur kurz... Ich muss nur kurz hier einmal eine WhatsApp schreiben. Oh, ich stehe jemandem im Weg. Ja, Maja, ich mache Platz. Entschuldigung. Und, 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 so. Ja, wunderbar. So, nächste Tour, Freunde. 883 Abos. Dankeschön dafür. So. Helfer Tom hat die Arbeit... Hä? Geil. Helfer Tom. Könntest du mir aber nächstes Weg seinen Platz freilassen? Äh, ich weiß heute echt nicht, was ich machen soll. Lukas, Platz frei halten. Du weißt, das geht nicht. Tut mir echt leid. So, wo fahr ich denn hin? 38 hat drei Abfahrer, vier hat einen. Und, wo ist der dritte Häcksler? Ah, auf dem Weg zum Fan. Okay. So, was ist hier los? Hallo, Policeman. Ah, er konnte kein Gas geben. Okay. So. Danke, Jakob. Er findet schon wieder das Gasbedaill nicht. Guck mal, wie schnell er ich bin. Wenn man blinkt, darf man überholen, ne? Ha! Da kommt Gegenverkehr. Hat keiner gesehen? Aua! Warum bremst du? Da war doch nur ein Wildschwein. Mano! Du Dödel da! Lukas, du kannst hier auch noch nichts... Nein, nein. Also, Lukas, du hast eine Wildcard fix. Die läuft nicht ab. Ne? Die kannst du jederzeit einlösen. Moment. Ich glaube, ich fahre besser mal hier rechts rein. Ja. Ich fahre mal hier rechts rein. Was war das für ein Geräusch? Was war denn das? Das ist ein Führerschein. Ich glaube, welcher Führerschein? Das ist ein Führerschein. Ich fahre hier, ich fahre hier, ich fahre hier, ich fahre hier. Ich fahre hier. So, kann... Achso. Das finde ich auch immer lustig. Irgendeiner ist mit dem Schalter unterwegs. Das müsste der Fendt 800 Turbo schifft sein. Und wenn der dann die Kupplung nicht tritt, dann wird das bei mir angezeigt. Jetzt musst du dich selbst bannen. Hat keiner gesehen, Niklas. Big Mac, bann ihn weg. Nein, das wollt ihr doch gar nicht. Das würdet ihr doch mir niemals antun. Der Case kommt mit dem Gas voll spät. Es ist ja meistens der dahinter sitzt. Du musst halt das Gas wieder voll durchdrücken. Und nicht nur so wie so eine Maus antippeln. Dann läuft das schon. So, wo sind wir mittlerweile angekommen? Wir sind jetzt in der unteren Abteilung unterwegs. Also unten rechts. Da bei 55 scheint einer das Feldende... Ne, das Ende der Welt zu suchen. Luca, ich glaube schon. Ja, aber wir wechseln gleich bestimmt nochmal durch. Janik, moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Zack. Halt, dass die Hänger sind auch meine absoluten Favoriten, wo man diese Plane drüber ziehen kann. Schauen deine Freunde auch manchmal in den Streams? Welche Freunde? Wer solche Feinde hat, braucht keine Freunde. Nein, ich habe... Also nein, tun sie glaube ich nicht. Vielleicht ein oder andere, aber ich denke mal nicht. Ähm, aber selbst wenn, bin ich auch ganz froh darüber, dass sie es nicht machen. Da kann auch kein Quatsch passieren. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe nicht viele Freunde. Ich habe halt lieber wenige, aber auf die man dann zählen kann, wenn man ein Problem hat. Und das ist, finde ich, viel, viel wichtiger. Ich hatte früher auch über angeblich 100 Freunde. Ja, aber das waren eigentlich mehr nur Kumpels. Mit denen man halt mal was unternommen hat. So, und jetzt habe ich ganz, ganz wenig Freunde. Aber auf die kann man halt zählen, wenn man sie braucht. Und das ist wichtig. Ja, ich muss nicht Gott und die Welt kennen. Es ist viel wichtiger, wenn du irgendwo mal in der Zwickbühle steckst. Also, oder in Gefahr. Oder mal ganz, ganz dringend Hilfe brauchst. Egal, was es ist. Wenn das Auto kaputt geht oder so. Du, die da wirklich dann anrufen kannst. Hier, ich brauche mal deine Hilfe. Und der direkt sagt, bin dabei. Oder, keine Ahnung, zwei Uhr in der Nacht nicht mal dran gedacht hast, dass du gleich nicht mehr nach Hause kommst. Ja, dann rufst du deinen Freund und sagst, kannst du mich mal kurz abholen und nach Hause fahren. Habt mich schon mal die Motz in See, Luca. Das war eine gute Entscheidung. Ich werde nämlich um, ja, so fünf Minuten, denke ich mal, werde ich nochmal einen Wechsel machen. Ich glaube, dann haben wir wieder so die halbe, dreiviertel voll, ne? So, genau, Maja, schon mal schön neben mich fahren. Das ist perfekt. Ich bin nämlich jetzt jeden Moment voll. Drum umleuchten vergessen. Sorry. So. Maja, ruhig, Brauner, ruhig. Das ist richtig. Lieber eine Handvoll Freunde, auf die du dich verlassen kannst, als viele. Genau. Was nützen hier viele, wenn dann keiner für dich da ist? Das werdet ihr alle noch bemerken, Leute. Spätestens dann, wenn ihr auszieht. Zu Hause. Und dann eure Freunde fragen, kannst du mir beim Umzug helfen? Die Waren sind sofort am Start und helfen euch. Die anderen, ah, nee, ah, nee, da habe ich aber leider schon was vor. Kannst du nochmal einkaufen, gehen wir mir ein Eis auf Feld 6 mitbringen? Ist so warm hier? Hast du das überhaupt verdient, ein Eis? So, Gamer Lutz, sehr gut mitgedacht. Perfekt. So was lobe ich mir. Hat mich in Ruhe hier rausgelassen. So muss das sein. Okay. Voll geht's. Nächste Dose leer. Umzug renovieren. Ja, zum Beispiel. Ich, aber, man muss ja auch die umgekehrte Weise sehen. Ich bin nämlich genauso. Naja, weil meine Freunde können auch auf mich zählen. Ich habe einen Kumpel, der war am Renovieren, der rief auch an, ne? Kannst du helfen? Ich sage, alles klar, bin dabei. Arbeitsklamotten angezogen, ins Auto, ist jetzt hingefahren, geholfen. Oh, ich muss umziehen. Bist dabei? Ja, klar bin ich dabei. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie es jetzt ist. Ey! Entschuldigung. Selbst wenn ihr jetzt einer schreiben würde. Äh, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Ich stecke fest. Ich würde sofort den Stream ausmachen und ihm helfen. Das ist einfach so. Also da, da, Entschuldigung. Freunde for YouTube, ne? Bros for YouTube. Nicht Bros for Soho, sondern Bros for YouTube. Nein, wenn jetzt wirklich einer meiner Kumpels, meiner Freunde schreiben würde. Ich brauche mal gerade deine Hilfe. Ich würde sofort den Stream ausmachen und dahin. Es ist jetzt nichts gegen euch, aber man sollte ja, wenn man, wenn die eine Seite auf einem zählt, sollte man auch so zurückgeben, ne? Das ist halt, äh, ganz, ganz wichtig. Ist der hier echt allein in der BGA unterwegs? Hallo, XMHL? Tatsächlich. Der ist hier ganz allein am Schieben. Krass, guck mal, wie... Guck mal, wie schnell wir das Silo vollbekommen haben. Das ist ja abnormal. Krass. Das ist krass. Wie haben wir das denn jetzt so schnell hier hinbekommen? Okay, das finde ich jetzt gerade krass, dass wir so schnell jetzt doch so vollbekommen haben. Okay, da liegt leider ein bisschen was daneben. Naja. Boah, werde ich denn da bis in den Chef bekommen. Ah, da bist du ja! Ne, du machst das gut, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Silo schon so voll ist. Okay, hier fahren aber auch ziemlich viele ab. Gucken wir jetzt gerade hier vier Stück auf einmal. Wir sind natürlich fleißig unterwegs. Die Polizei ist auch wieder da. Mein Motto, wer mich als Freund hat, kann sich 100% auf mich verlassen. Wer mich als Feind hat, aber auch. Eine Hand wäscht die andere. Bist du mein Freund? Bist du Freund oder Feind? Freund oder Feind? So, Andi, ein bisschen durch den Busch am Fahren. Kein Problem. Andi, denk dran, du musst ja den Anhänger noch runterklappen. Sonst bleibst du am nächsten Pfeiler hängen. Julius, für dich niemals. So, Leute, let's go, komm, 16 Abos noch. Holt mal noch 16 Freunde hier hin. Ja, Julius, du kannst dir das doch mal wohl selbst denken, oder? Du spammst rund um die Uhr. Wechsel, 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 wechsel. Findest du das nicht total, total unnötig? Ja, oder? Und dann, oh, sorry. Ne, das ist doch einfach nur unnötig, Julius. Wechsel ist dann, wenn man Wechsel machen. Andi, der Funke. Funke, Mariechen. Ein Funke am Himmel hier. Ein Funken Hoffnung haben wir noch, dass er es noch schafft. Ja, und dann gibt es solche wie uns, die einfach spenden. Kann man, die kann man eigentlich auch als, ja, man, ich sehe sie nicht als Freunde an. Aber ich finde, ja, nee, das kann ich jetzt auch, das, nee, war jetzt ein falscher Gedanke. Weil, wenn ich ja kein Freund bin, bin ich ja ein Fremder. Aber dann würde man ja sagen, ihr spendet Geld einem Welt, einem fremden Menschen. Aber ich fühle mich nicht fremd gegenüber euch. Ne, bike mich, oh man. Ich fühle mich nicht fremd gegenüber euch. Ich bin halt für euch da, ich mache meine Streams. Natürlich, keiner weiß, wie ich aussehe. Das soll aber auch bitte so bleiben. Das ist mein Privatleben. Aber, ähm, ich sehe euch schon als, ja, ihr seid für mich nicht einfach nur Supporter. Ich weiß, wie ich das sagen soll. Ich finde, es ist halt, es ist was Besonderes. XMHL, das sind, ähm, Kanalmitglieder. Andi, kann es sein, dass du ein sehr schwaches Internet hast? Ich weiß nicht, wie soll man das sagen? Ihr seid was Besonderes, sag ich es mal so. Alle, die abonnieren und immer liken, ihr seid einfach besondere Leute. Also, ich würde sagen, er hat ein sehr schwaches Internet. Also, wenn er so fährt, wie er fährt, würde ich sagen, hat er ein schwaches Internet. Ich weiß nämlich nicht so ganz, was er macht. Wie kann man mitgehen? Wer ein XMHL-Ausrufezeichen-Mitglied. Bin ich froh, dass es bei mir nie leckt, hier. So, wo muss ich hin? Oh, jetzt kommt Jakob entgegen. Jetzt ist hier vorbei. Ja, komm, ich weiche mal gerade auf das Feld aus. Wenn der XMHL entgegenkommt, dann muss ich kurz mal hier ausweichen. Wie sieht es denn hier aus? Das schaffen die nämlich. Das schaffen die fertig. Wir drehen mal einmal um. Ach, du spielst du mit Controller an. Das ist doch gerade richtig schön. Außer die zwei Joysticks, womit du ganz leicht lenken kannst. Tastatur finde ich viel schlimmer. Tastatur finde ich viel schlimmer. So, wo wollten die denn jetzt hin? Warum sind die denn nicht hier weiter runtergefahren? Julius, vielen Dank für den 5er. Hä? Ah, jetzt wollen die hier die 39 machen. Warum haben die denn nicht hier die 50 angefangen? Das wäre doch geil hier, die 54. Boah. Aber nee, sie sind rüber zu 39 gefahren. Gut. Fahren wir rüber zu 39. Den setzen wir da jetzt einfach mal an. Ich spiele mit Lenkrad. Ja, ich halt auch, ne? G29. Das ist mein Realismus pur, ne? Besser kann man es eigentlich nicht haben. Das ist mein Realismus pur, ne? Ja, äh, äh, Agarpix, ich bin gleich wieder unterwegs. Ne, bitte nicht nervös werden, wenn Sheffel kommt. Vor allem wenn Sheffel kommt. XMHL, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5 Nachrichten weiter oben. Da ist ein Nightbot. Das ist ein Bot. Der hat einen Link gepostet für die Mitgliedschaft. Wer sie abschließen möchte, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir sind aktuell 481 Kanalmitglieder. Noch 19 Stück und wir haben die 500. Leandro, moin, grüße dich. Noch 19 Stück und wir haben 500 Mitglieder. 500. Das ist einfach nur krass. Ich habe mir überlegt, die Mitgliedschaft gibt es bei mir seit knapp, knapp drei Jahre jetzt, ne? Wie kann man es halt, wenn man keinen Shifter hat? Sasyuk, du könntest es über die Tastatur zum Beispiel belegen. Den Nächsten ruhig bin ich in die Seiteknosole. Kann man die Seiteknosole auch an die PS4 anschließen? Nein. Also doch, die von Cytec. Julio, ist das jetzt das Entschuldigung oder? Julio ist Entschuldigung angenommen. Dankeschön für deine 10 Euro. Oh, ich bin noch am Blinken. Das ist jetzt glaube ich nicht das größte Feld. Also kein Riesenfeld, was wir jetzt hier häxeln. Aber boah, ganz schön steil. Nein, nein, Sasyuk, du musst... Achso, weil Controller... Ne, Controller geht gar nicht, Sasyuk. Du kannst einen Controller nicht für den LS22 konfigurieren. Aber Lenkrad, du kannst natürlich auch ohne Shifter schalten. Du kannst das zum Beispiel auf die Schaltwippen legen. Und du könntest sogar die Kupplung auf einen Knopf legen. Also, dass du erst einen Knopf drücken musst, wie quasi die Kupplung. Und dann schalten. Mit einem anderen. Das geht, ja. Würdest du den LS23... Klar, Leandro, ich habe vor, den LS23 auf jeden Fall auf meinen Kanal zu bringen. Wenn das alles so klappt, wie ich mir irgendwie es vorstelle. Aber, äh... Geplant ist es, ja. So, ich wurde gerade vom Landwirtzocker in seiner Story... Lass, einmal abladen, bitte. Auch geil, warte. Ich muss mal kurz zurückmarkieren. Einen Moment, ich muss hier kurz ein bisschen Support machen. Landwirt. Soccer. So. Ja. Wann streamst du? XMHL ist unterschiedlich. Ist mein Hobby. Gibt es ein Multimermels 23? Weiß ich nicht. Einfahrt BGA liegt Hexe gut. Na toll. Wer hat Hexe gut in der Einfahrt abgelegt? Ansonsten gibt es hier direkt mal Power Buns. Nicht so streng sein. Okay, tut mir leid. Bist du Vollkirchner den? Nee, hast du noch Platz. Okay. Da kommt der nicht rum. Nee. XMHL. Nein, auch nicht. Wie gesagt, es ist mein Hobby. Nicht mein Job. Ich komme dann live, so wie ich Zeit und natürlich auch Lust habe. Dann geht es einfach mal drauf los. Weil ich bin jetzt schon seit über 5 Stunden offiziell live. Nein, wir mussten leider den Anfang abbrechen, weil ich ein Problem mit dem Update hatte. Aber ich bin seit Viertel vor 11 am PC. Ich glaube, er ist jetzt auch so langsam voll. Ja, ich sollte mal ein bisschen vorfahren. Zack, voll. Jetzt habe ich irgendwas mitbekommen, wie in der BGA liegt Hexe gut. Und ja, aber dafür sind die BGA da. Wenn ich aber jetzt verstanden habe, irgendwie in der Einfahrt drin, da hat anscheinend irgendeiner irgendwo abkippt, wo er nicht hätte abkippen sollen. Ich weiß es noch nicht genau. Ach so. Oh, oh, was mache ich gleich mit dem zweiten Anhänger? Ich glaube, Lukas, du müsstest gleich mal übernehmen. Ich glaube nicht, dass... Oder meinst du, der Jakob kriegt das hin, meinen zweiten Anhänger aufzupuffen? Obwohl, der hat ein langes Entlade. Oh, das müsste eigentlich klappen. Haufen wir einfach mal. Doch, er kriegt es tatsächlich hin. Gras, guckt mal. Vorteil eines langen Entladerohrs. Er kriegt das locker... Ey, locker gepackten, meinen Hänger zu beladen. Zack. Geil. Hätte ich nicht gedacht. Das ist geil. Dass er das doch hinbekommt, äh... Mit dem langen Entladerohr so weit zu kommen. Coole Sache. Ja, nur halt irgendwie anscheinend in Kurven nicht. Ja, komm. Lukas, übernimm mal bitte. Lukas muss vorfahren. Wir müssen gerade das erste Gewände hier machen. Und dann kann ich wieder daneben fahren. Ich bin noch nicht voll, aber das kriegt er in den Kurven nicht hin. Deswegen lasse ich kurz den Lukas vorfahren. Bis wir einmal rum sind. Und dann übernehme ich nochmal. Und dann geht's weiter. Nächster Wechsel. So ein Viertel nach vier ungefähr. Oh, oh. Wenn Kirchner D. schon schreibt, was ist denn hier passiert? Dann ist irgendwas in der BGA vorgefallen. Ich hab nur noch nicht so ganz verstanden, was. Hey, hey, langsam, langsam. Boah, die knallen. Immer Vollgas. Immer mit... Rückwärts immer mit Vollgas. Ja, da hat einer Hexengutin gehabt. Du weißt aber nicht, wer, ne? So, siehst du hier. Lukas, gute Absprache. So, zack, einmal Übernahme. Jetzt kann ich nämlich neben ihm fahren. Bei meinem Hexe ist fast der Tank leer. Ich kann leider deinen Namen nicht lesen. Dann ab zur BGA, da ist eine Tankstelle. Weiß ich nicht, was hier, ob der schon drin war. Okay. So, jetzt liegt er auf den Nacken, ey. Ich weiß gar nicht, warum. Ich gucke eigentlich nicht so wirklich nach unten. Ich sitze schön gerade auf meinem Stuhl. Gucke gerade aus. Dennoch sagt der Nacken sich so, ah, tut weh. Hallo, ich bin voll. Wo sind meine Abfahrer? Es war aber ein sehr weiter Abstand hier. Also, ich bin voll. so ich musste jetzt möchte ich gerne einmal drehen jetzt waren wir mal zurück zur bga wie gesagt da ist irgendwas passiert ich weiß nur nicht so ganz was ich kann es euch nicht sagen irgendwas ist da mit hexegut in der bga in der einfahrt danke jetzt kurz mit einem doppeldrehschirm herausfahren so schauen wir mal irgendwas hexegut in der einfahrt wie das dahin gekommen ist keine ahnung anscheinend wird irgendjemand heimlich abgeladen haben und ich weiß nicht wer aber naja die ehrlichkeit in der person ist immer das was hier gewertschätzt wird und bereits muss man dann mal gucken ich habe ja kein plaks ne köchner d ich kenne das hexegut ja auch weggeladen ich weiß es nicht ach du heiliger bim bam was ist denn hier passiert wer hat denn hier alter verwalter du darfst es keinem erzählen aber okay der hänger war bestimmt überladen und bevor er über die vage wollte weil da bestimmt die polizei stand hat er sich kurz gesagt ja komm ich kippe mal grad ganz schnell was ab dann kann die polizei mir auch nichts nichts böses gratis wäsche ja nehme ich gerne an wo ist deine wahnweste in der bga ich freue mich nicht schade dass meine hupe so leise ist ich hab das richtig fette hörner drauf ob dies trotzdem total leise hier so agapics chef ist da bitte nicht nervös werden dann war selber moin 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 dankeschön mich freut mich meine wärmflasche macht auch keinen sinn mehr die ist nämlich so gut wie kalt boi also an die das kann jetzt nicht mehr der controller schuld sein ich müsste mal kurz hier abkippen darf ich dankeschön aber ein bisschen was zum aufschieben haben sie auf jeden fall noch so ich fahre mal wieder tschüss touch me please braucht glaube ich sprit die pink lady ist auf kuschelkurse jetzt habe ich mir einen angezogen gehenden traktor ja dann kannst du wieder ausziehen ich würde ja mal interessiert ob man das ziel und endlich lang hoch machen kann jasthin welches ziel was für ein ziel hast du denn du meinst das silo wenn du die du musst dann justin in der ich glaube in der xml datei oder in einem editor du musst diese aufschieb höhe dann löschen es gibt jetzt eine definierte höhe höhe darfst du nicht schieben das hast du ja gerade in der bga gesehen das war so schön glatt da alles da ist das dann so dass sie diese höhe tracks ist regelmäßig wechseln du kannst jetzt nicht eine halbe stunde rasenmähen gehen und dann meinen dann noch weiter zu spielen du blockierst ja quasi den platz für jemanden der gerne mitspielen möchte keule wo bist du ich mache mich auf den weg wo bist du wo bist du keule keule Achtung nachricht und keule wo befinden sie sich ich bin unterwegs Keule keule welches fällt welches fällt auch von ort Keule keule habe hier leider ein schleicher vor mir tut mir leid die fahrzeit verzögert sich um fünf minuten feld fünf feld fünf feld fünf ok ich bin unterwegs feld fünf bin sofort da Was war mir denn in feld fünf ach du heiler will man da oben Ach du heiler will was das für ein feld fünf Nachricht nachricht an keule 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 hier ist leider ein bisschen verkehrt tut mir leid dauert ein bisschen Ja meyer steht rum weil er rasenmähen ist und irgendwie jetzt nicht auf mich gehört hat und den server verlassen hat ich muss ihn einmal rausschmeißen damit hier Plätze frei wird Keule es kann sein dass jetzt alle zu feld fünf kommen wenn ich das hier so richtig sehe Oder die 39 ist fertig 39 39 39 bitte auch zu fünf dankeschön bitte auf feld fünf Na wie sagt zehn minuten länger da ein schleicher vor pg fährt ja sogar jetzt sogar schon zwei Jetzt habe ich hier sogar schon zwei schleicher vor mir Ne das ist acht und da das fünf das fünf da ist fünf da ist fünf Vorsicht muss rückwärts Hier ist fünf Das fehlt noch mehr lässt funk funktion ja ne hallo hallo thomas thomas bitte kommen So komm hier reicher kakao Das hat gott sei dank zwei wochen lang die nicht geregnet deswegen haben wir hier einen top boden können ja auch richtig schön schnell übers feld fahren Das feld ist noch nicht fertig okay aber du hast ja gerade einen abfahrer kirchner die ist ja bei dir So nun kommt da auch noch einer hin okay martin macht's gut danke fürs zuschauen Bis zum nächsten mal 5 ist ein riesen feld 5 ist wirklich ein riesen feld was wir jetzt hier vor uns haben also keule da hast du dir wieder gut was vorgenommen Wie lange soll ich denn hier bitte noch machen Wenn du hier so ein riesen feld annimmst Ja funk basti fällt nicht auf den funk ist verlässlich außer du hast und funk kanal wurde schon noch andere mit drin hängen Das ist natürlich dann immer ein bisschen doof hallo chris moin So kiki ist schon da okay diesen kiki ist so schnell dahin gekommen Wie ist denn kiki jetzt so schnell dahin gekommen oder stand die da noch weil die anderen sich ja hinten rumgefahren die werden da noch gar nicht rankommen Ach sie ist voll Ah koi hat frühzeit koi hast schon frühzeitig gefangen Jetzt hast du hier zwei abfahrer Kiki kann quasi also kiki könnte hinterher bummeln bis wir die runde gefahren sind oder drehen aber ich glaube drehen wird hier sehr knapp Das ist ja mitspielen kann jeder natürlich Guck mal jetzt jetzt kommen sie alle hier zack Ja ich denke auch kiki dass du hinter uns her fahren musst bis die feld ausfahrt kommt Aber das sollte ja kein problem sein so was haben wir jetzt viertel nach vier schon Es ist am zwischen fast wiederum Viertel nach vier Mein hundi geht's gut Geht's dir gut? Ja? Du Lümmel Was macht er jetzt? Oh ist so Hier ist das Feld zu Ende Nein Die Ecke hat ihm einfach nicht gefallen Die sah noch nicht erntereif aus Oder da waren Läuse drin Wir hätten ja eigentlich das Licht an Ich? Habe ich das Licht an? Ne Ne Ach der Hetzler hat das Licht an Ja ist schon dunkel hier Ich muss auch gleich mal was essen Ich habe Hunger Julius Du lernst nicht aus deinem Fehllande Julius Ich mache keinen Wechsel Nur weil du Wechsel reinschreibst Das müsst ihr euch echt mal angewöhnen Leute Je öfters hier nach Wechsel gestringen wird Desto länger dauert der Wechsel Und ich finde es immer toll Wenn die Leute Wechsel in den Chat reinschreiben Also ich bin so alt Freunde Ich kann auch die Uhrzeit lesen So ist es jetzt nicht Ne So kommt Weg mit der Wärmflasche Die bringt nichts mehr So Ich glaube ich muss mal bei ihm bleiben Kannst du dir ein Rieger halten? Ich habe mir für heute Kleine Pizza Brötchen gekauft Ich muss gleich mal den Ofen anmachen Also ich werde gleich mal essen gehen Und wie gesagt ich muss mal mit Frank-Hund gleich mal gehen Also irgendwo gleich werden wir mal hier zum Ende kommen Ich muss halt auch ein bisschen an meine Gesundheit denken Viertel vor elf Zwölf Eins Zwei Jungs Drei Vier Fünfeinhalb Stunden Haben wir jetzt mittlerweile hier Fünfeinhalb Ja so jetzt gleich Jetzt gleich habe ich Oh 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 Langsam Langsam Oh der will echt durch die Böschen durchfahren Ne das solltest du nicht tun Reicher Kakao Du solltest wie Kiki Hier schön hinter uns her fahren Ich werde jetzt gleich aber das Problem wieder haben Dass ich den zweiten Hänger nicht voll bekomme Solange wir Gerade fahren geht es noch okay das müsste eigentlich funktionieren solange der keule noch schön gerade fährt dann kriegt er auch den zweiten anhänger voll ne warte ich fahre mal rechts von ihm dann sollte das eigentlich gehen solange die straße oder das feld noch gerade ist naja grundsätzlich was ich würde jetzt versuchen noch ein bisschen durchzuziehen wie sagt mein hund ist ja noch am schlafen deswegen da gibt das noch ein bisschen bisschen geht aber guck mal jetzt hier passt die fünf stunden ja ein oder zwei maisstoppeln erwische ich rechts immer aber das finde ich jetzt nicht weiter schlippen so bis feldende sollten auf jeden fall noch hinbekommen was die viertel vor elf mit unterbrechung viertel vor elf gegen der live stream los ja nicht drehen mehr geht nicht herr lags der soma dankeschön ja das ist jetzt passiert weil fanfan mich vorgeschubst hat um zwölf erst basti man war aber spät dran naja also haben viertel vor elf den live stream gestartet dann hatte ich probleme mit dem mit dem update deswegen musste ich dann noch mal offline gehen dann habe ich erst das update gemacht und dann haben wir um viertel nach zwölf offiziell mit mysex angefangen aber ich sitze tatsächlich seit viertel viertel vor elf vom pc mittlerweile ach da haben wir auch noch im chat daniel geht's ja noch gut ja ne so wir können endlich abfahren gott sei dank gameplatz können wir kurz meinen einhänger noch voll machen da gehen noch zehn prozent rein dankeschön oh kiki ist wohl dann doch querfeld jetzt gefahren hatte keinen bock mehr ich bin immer noch nicht voll jetzt so 37.000 liter irgendwo hier war hier überhaupt die feldausfahrt doch die war hier mitten drin irgendwo da ganz knapp neben dem einen feld hier meine ich werbe doch gewesen aber jetzt machen mich bitte nicht verrückt doch da ist so hallo jonas moin zwei wunderschöne drehschirmel ja die ging auch noch größer du kannst ja auch vorne in festen und hinten den drehschirmel dran machen wäre auch eine möglichkeit aber das geht auch so feld 59 abfahrer noch so ein riesenfeld jetzt wollte es aber wissen jetzt wollte es wissen jetzt packen wir die großen felder aus hier du bist brutale ihm ist es wieder zurück daniel der daniel hat so eine innere uhr eine kleine spende daniel dankeschön rotes herz geht auch aus an dich der dann hat so eine innere uhr man sieht ganz genau streamlabs jede stunde eine spende daniel vielen dank man muss es aber noch echt nicht übertreiben du bist doch der wahnsinn dankeschön dafür vielen 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 dank auch was ist denn da hinten passiert ja toll haben sie wieder meinen trecker kaputt gemacht weißt du keiner sagt was wer hat denn den da hinten runter geschmissen das ist der absolute wahnsinn das ist doch nichts schlimmes hier sagt doch was ach so die versuchen den grad da hoch zu da raus zu ziehen das finde ich bisschen schade sondern sind die hier rumgefahren leute die die in der bga hängen was macht ihr hier guck mal ihr seid doch mit dem radlader hier jetzt rumgefahren um dem zu helfen dann hat es anscheinend nicht geklappt wegen irgendwelchen kollisionen aber warum lasst ihr den dann hier stehen da ist übrigens ein zaun damit kann man hier nicht rumfahren oder hier sind kollisionen was weiß ich übertrieben ist mein zweiter vorname herzlich willkommen daniel übertrieben t ja alles klar das ist eine gute idee keule geil jetzt habe ich es hier durch geschaffen und er konnte sich selber befreien mann wo eigentlich nur noch sein schiebeschild hoch machen ja und wir sind jetzt mit dem radlader da rumgekommen sind die hier an der seite vorbeigefahren dass ich irgendwas immer noch doof finde dass da so viel hexegut liegt wird mir leid ich muss hier kurz den kack ausbaden wie gesagt ich weiß nicht genau was sie hier gemacht haben deswegen muss ich einfach kurz hier lang und dann geht es auch sofort weiter so 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 wo ist unsere pistenraupel hin da hütte steht mittendrin der kleine lukas vorsicht 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 hoffentlich fahr ich mich hier jetzt nicht fest kleines risiko ist dahinter zack max leon du bist echt der profi max leon langsam machen ganz langsam machen dann passiert auch nichts gibt es sowas eigentlich auch in real life ich glaube schon wenn das gut verdichtet ist kann man auch einfach mal so über so einen silagehaufen drüber weg fahren ich glaube das geht wenn das wirklich gut verdichtet wird kann man auch bestimmt mit so einem hänger da hochfahren ne gegenseitige rücksicht da machen sie hier nicht so ganz ne imi grüße dich sorry bin sehr hitzköpfig martin wer bist du denn hier ach du bist du bist du max leon fährt der katana nur 6 nur dann ist er kaputt ha martin du kannst das ja gerne machen aber langsam dann fliegst du auch nicht hinten runter dann musst du das halt langsam aufschieben das kannst du gerne machen du darfst das schieben das ist gar kein problem aber langsam wir wollen ja nicht dass du nochmal hinten runter fliegst bga wegen überfüllung geschlossen ja deswegen schnell wieder raus hier das hier ist auch immer noch lustig das könnte einmal mit dem radlader einsammeln eigentlich das hier ist auch so lange bin ich nicht live 19 uhr bis dahin bin ich schon tot weil ich verhungert bin ich habe heute nur gefrühstückt um 9 Uhr morgens halb 10 glaube ich war das und fall ne hab nix gesehen du bist doch nur aus der bga rausgekommen wie kann man da einen unfall bauen hast du wieder nicht nach links geguckt beim rausfahren bestimmt nicht nach links geguckt ne so fahren wir wieder zu fünf ne würde ich vorschlagen fahr mal wieder zu fünf ja genau du müsstest zum händler und da kann ich die sehen reparieren leck mich am zykali Kempax zykali musst du schreiben leck mich am zykali 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 so genau hier korn hat ein schöne abkürzung gemacht schau mal damit man da äh kürzer fahren kann so schnell verhungert man ich habe um 9 2000 gegessen und gibt erst heute abend wieder was ja gut du bist vielleicht auf diät aber ich doch nicht er lässt gerne mal herzlich willkommen schön dass du da bist ich habe halt hunger und ganz ehrlich muss ich sagen ich habe jetzt heute gut ausgehalten heute morgen war ich kurz davor wirklich kein bock mehr das mit dem update geht nicht ich komme gar nicht erst live hat aber dann doch gott sei dank funktioniert hat aber wirklich wie gesagt anderthalb stunden gedauert dieses update zu ziehen ich weiß nicht genau was da jetzt schief gegangen ist dass das so lange gebraucht hat dazu updaten ist doof gelaufen aber wie gesagt war dann doch irgendwie da und hat funktioniert gott sei dank ein bisschen aroma ich finde einen support auf instagram richtig geil ich finde einen support richtig geil auf instagram da kriege ich da kriege ich von euch eine story immer ihr markiert mich in der story und so macht ein klein bisschen werbung für mich das finde ich echt super was sind ja eure eigenen instagram kanäle wenn sie das da so nutzt das nicht echt eine schöne sache von euch so ich war noch mal ganz kurz einen kleinen wechsel zwei vier sechs acht zehn zwölf so vier leute können noch mal drauf fast matt grüße dich vier leute können noch mal auf dem server hallo borkenholz jetzt bekommen vier leute können gerne noch mal reinkommen ja ja jetzt habe ich hoffentlich alle glücklich gemacht ich denke mal luca wird jetzt einmal drehen wird zumindest versuchen doch 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 das geht ok aber schon wieder abfahrer keule ja du hast dir aber auch ein feld hier ausgesucht das ist halt ein mega großes dinge was du dir gezogen hast aber ist natürlich geil macht macht laune vor allem wenn wir hier mit drei hexen unterwegs sind das schon geil schade ich hätte ich hätte wir schaffen zumindest die 50.900 heute 15 leute fehlen noch aber bei knapp 100 zuschauern denke ich mal sind alle sowieso schon abonnenten hier weil wenn man ja auch kein abo raus kann man ja auch nicht den chat reinschreiben und da die leute hier fleißig am chatten sind sollte das ja möglich sein ja klasse herren falsch richtung einfach mal entgegen so wenn den zudecken es wäre sogar wenn diese anzeigen alle funktionieren würden was eigentlich mit zocker wo weiß ich nicht kann man kann keine ahnung also zwischen uns ist alles okay es geht ihm gut aber ich glaube Weiß ich vielleicht viel zu tun Obwohl warte mal Ich bin zuletzt auf das gott geschrieben Lass mich mal kurz gucken Wo ist zocker boh ich meine ich hatte ihn da Das recht ich habe ihn zuletzt am 23.04 geschrieben und keine antwort mehr bekommen und er spielt gerade ls aber anscheinend nicht bei uns Ja Weiß ich nicht was da los ist Vor zwei monaten Das ist krass lang so freund ich würde jetzt zu bga fahren Und dann würde ich so langsam anfangen also wie gesagt ich ja Mein hund guckt nicht ich gucke wieder meine glasscheibe vor meinem kühlschrank von meinem mini kühlschrank hier den ich hier stehen habe Sie guckt mich schon wieder an also ich werde jetzt mal mit meinem meinem hund eine runde spazieren gehen Und mir dann auf jeden fall mal was zu essen machen wie gesagt meine frau kommt nicht fort ab nach hause denke ich aber ich habe jetzt erstmal hunger Ihr könnt mir sehr sehr gerne Ich nehme mich am angucken Vor allem die öhrchen wie die gespitzt sind so vor allem so heute redet gerade von mir ne ja der redet von mir ne Das ist schon echt geil Vorsicht ich muss hier mal kurz durch Dankeschön Nicht erschrecken Dann werde ich auf jeden fall erstmal was essen aber ihr könnt gerne auf discord und instagram noch mit mir schreiben das sollte kein problem mehr aber guckt mal lokalen Leute sechs stunden insgesamt Waren wir jetzt unterwegs Viereinhalb hier plus die anderthalb die wir da verballert haben sechs stunden einfach warum das ist ein halber zwölf stunden live stream Zwölf stunden live stream 50k special Ja könntest du versuchen ich weiß aber nicht ob das geht Ja dankeschön christoph lehr gibt voll vorfahrt ne So gucken jetzt kannst du wieder langsam vorziehen wunderbar Mit dir habe ich auch lange nicht geschrieben weil ja bei einem stream ja er da eben du musst mir ja nicht auf disco schreiben Kennt was wenn du immer hier fleißigenden streams mit dabei bist Nene keule könnt ihr da stehen lassen Alles gut Da machen wir einfach beim Liegsten mal war nee obwohl das eigentlich ganz gut wenn die maschinen zum hochfahren oder Sollen wir die alle in der bga nee wir können einfach beim nächsten wieder auf den feldern Ja mach ruhig 16.000 euro für die reparatur ja mach ruhig alles gut Ich muss ganz ehrlich sein ich kann den namen nicht lesen hey du hast gelogen es waren 16.798 Und nochmal 4.804 bestimmt für das schneitwerk 20.000 euro Aber ich muss sagen guck mal auch hier mein glas auch schon unten rechts gut beschädigt oder 9 kaufen genau weil nächstes mal kauft man von 9 Ja Ja Lenkachse bei fliegen macht's wirklich ne Wenn man da gut rumkommt Ja warte luka ich komme gleich lasse mich kurz abkippen Dann darf ich mich gerne einmal schrubbeln schrubbeln salam sauber machen Weil ihr seid der wahnsinn was wir hier weggeballert haben jetzt heute Ich kann mal hier bauer 1 macht den moonwalk nur vorwärts Ja darf ich feiern mann chef ja martin darfst du Hast du dir wohlverdient so Kommen aber die maschine mache ich gerade noch ein bisschen ordentlich Also das kann ich eigentlich so hier stehen lassen. Sieht ja chaoshaft hier aus. Ein bisschen aufräumen, die Zeit müssen wir noch haben. Da wird hier dann ein Bild von mir gemacht, ganz heimlich. So. Ich mache das Keule. Oh. Na ja, kommen wir ruhig zur BGA. Ein bisschen aufräumen können wir hier, ja. Ich fahre jetzt voll gegen den Pfeiler, ne. Ja, Drehschimmel einparken. Nicht jedermanns Ding. Ich muss aber sagen, ich mache es eigentlich sehr gerne. Man muss halt ein bisschen Geduld haben, ne. Weiter geht nicht rein, krass. Ich dachte, ich kriege die beide da rein. Dann steht die da beide reingestellt. So. Nur meins. Vorsicht. Was ihr gerade hört, ist meine Zentrierfeder. Komm, Freunde. 300 Likes. Die Mauer war aber auch noch voll, ne. Ja, Mäusten, die gehen jetzt. Kann sie aber auch verstehen, ne. Wenn sie mal muss, dann muss sie machen. Sie kann uns halt nicht wie wir Menschen, du könntest einfach, ne. Sie kann nicht einfach so gehen, wie wir es machen. Aber dadurch, dass sie natürlich Stuben rein ist, weiß sie natürlich, was sie machen muss, damit wir dann, oder damit sie mir den Hinweis gibt, hier, hör mal. Wäre ja ganz cool, Herr Schimmel, wenn du mit mir mal eine Runde gehen würdest. So. Und das macht sie jetzt. Und mein Hund geht nun mal vor YouTube. Ist halt real life, ne. Ja, also heute habe ich es gar nicht so mit dem Drehschimmel. Ne. Heute habe ich es gar nicht mit dem Drehschimmel. Normalerweise kriege ich das wesentlich schneller hin. Heute will er nicht. So. Ich habe es geschafft. Ne, ich wollte noch nicht speichern. Oh, ne. Ist ein bisschen schief? So. Hänger. Ne, das war mein Gewicht. Ne, das war der Hänger. So. So. Steht alles kreuz und quer hier. So. 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 aber ein gutes silo muss ich sagen ein sehr gutes silo das ist schon ordentlich also vor allem haben sie auch schön gebaut hier ganz halt wirklich schön hochfahren was hat meinen lenkern mit seinem lenkern lernt etwas verzögert lenkt du musst dessen ausstellen marcel im ls die ist im hauptmenü in die einstellungen und in das auf das game pad und dann stellst du die devzone auf ein prozent oder auf zwei ich hab's auf ein prozent stehen ich würde sie nun nicht auf null stellen weil dann ist richtig empfindlich naja aber wenn du die auf ein prozent stellt das kein problem warum wird mir eigentlich der füllstand von dem schiebeschild nicht angezeigt so ein schiebeschild hat ja eigentlich auch so begrenzung wird das ja eigentlich nicht angezeigt das ist dann mit absicht tschau kemplex macht gut maibaum stellen morgen viel spaß halber morgen ach ja das macht man ja in der nacht von den dreißigsten auf den auf den ersten stimmt da war was ich erinnere mich dran maku moin maku moin da sind noch so ein paar löscher jetzt beziehen die grad unseren mais aber bauer 1 war immer noch ein moonwalk naja die löscher kann ja vielleicht der bauer 1 mit seinem radler dazu machen aber am k alle was hat alle achsen dieses sind hier auf jeden fall die achsen in dem haupt alle auf einem prozent da kommen wir noch mehr wo kommt eben noch her ja kiki das war nicht so gut da ist nämlich der höchste hügel den du dir gerade ausgesucht hast da liegt auch schon wieder was daneben ja also ich glaube die sie ist ein klein bisschen sind sie ja verpackt ne ein klein wenig sind sie glaube ich verpackt die radar zu kommen ein klein wenigstens sowohl hier verpackt dass ein bisschen was daneben fliegt aber ja gut muss man wohl mit leben ne aber ich muss sagen das silo ist genau richtig ne man macht ja eigentlich immer so diese hochfahrt ne da muss ich schon sagen das silo ist wirklich was das angeht richtig gut gebaut worden das ist schon geil muss ich echt jetzt sagen also das haben wir wirklich sehr gut gemacht meistens hat mir so sie lust die so immer von anfang an direkt ganz hoch geschoben worden die haben erhalten ein bisschen das in die länge gezogen das finde ich schon echt gut gemacht ja dann würde ich sagen wo wir doch alle maschinen zur bga dieser könnte noch gerne waschen und je nachdem auch tanken und dann ordentlich hinstellen dass wir dann beim nächsten mal auf jeden fall weitermachen wo wir haben mit kosten wir haben irgendwann mit fahrzeug auch gut kannte ich doch gar nicht ha ha vorsicht reicher gar einfach einfach hin kippen das herren hat sicherheitskleidung an irgendwie haben wir ein fliegel ja ja irgendein fliegel ist anscheinend irgendwie gemietet ja so bin mal weg bis zum nächsten stream morgen untererst erstmal helfen beim griffes an den pommes guter auf viel spaß thomas ist für mich der pommes ja bitte mit ja ich wünsche ganz ganz viel spaß thomas danke dafür danke nochmal für den support dank für deine hilfe dankeschön dass im bescheid mit dabei warst und ich wünsche ein schönes westliches wochenende so und würmchen herzlich willkommen hallo robert moinsen so ich ich hier jetzt da hallo luke beim nächsten mal und wenn man jetzt so gut wie feierabend hallo luys ls fan fan moin was ist jetzt hier noch los kommt ja leer schön dass ihr da seid leute jetzt bekommen ja drauf gehen das war ein freiflug aber kein bahn nur ein freiflug ich war mal so nett acht fünf da war noch ein unterwegs okay danke für die info wundert wo kommt der weiß noch her feuerlug so warum ich jetzt ablehne keine sorge leute es hat nichts mit euch zu tun aber geht so langsam in den feiern wirklich einiges geschafft das sind ein paar millionen liter die hier liegen ich habe nur keine ahnung wie viel genau aber ist ein bisschen was so warum ist denn mein gift stehen unten wo wir zu abdecken hinten das oder irgendwas mit abdecken gelesen manche decken nämlich die du willst das doch nicht nein nicht abdecken nein 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 auch schon fast fünf stunden ja ja der moment wo ist das bier offiziell am pc sitze ich seit fünfeinhalb stunden nee seit sechs stunden 15 so rum also so richtig am pc sitzen tue ich seit sechs stunden und 15 minuten wir hatten halt das problem mit dem update der livestream hier also wir haben jetzt fast fünf stunden gehexte das stimmt ich habe eine hexta schaut voll geil aus welchen ich kenne ich kenne auch meine hexte habe ich doch gekauft janes work back wir werden aber am nächsten auf jeden fall noch weitermachen wir sind nicht so dass das jetzt das letzte mal hier die die ostsee war da werden wir auf jeden fall noch ein bisschen weitermachen so Nein, Thorsten, du bist leider zu spät. Gott sei Dank, musste ich mir heute mal keine doofen Sprüche anhören hier. Moin, Thorsten. Findlay, mach's gut, danke fürs Zuschauen. Das ist auch geil, wenn du manchmal dann so ein bisschen was hier liegen lässt, ne? Obwohl das Schiebeschild voll auf den Boden ansetzt, bleibt trotzdem ein bisschen was liegen. Freut mich, Landwirtschaft ist cool. So muss es sein. Bin auch am Schrank bauen und am Smoken. Hab dich total vergessen, hol dir jetzt alles nach. Du hast mich vergessen. Jetzt bin ich ja noch viel mehr enttäuscht. Du hast mich vergessen? Aua. Das tut weh. Man, oh, man, oh, man, der hat mich echt vergessen. Gibt es ja nicht. So, Freunde, passt auf. Fünf Stunden Stream sind durch. Ich werde jetzt mit meinem Hund spazieren gehen. Ihr guckt mich schon die ganze Zeit an. Also, komm, bitte, 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 auch gar nicht hier gehen. Ich werde jetzt mit dem Hund spazieren gehen. Danach mache ich mir was zum Abendessen. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr mich... Hier, stellt euch mal alle davor. Komm, ihr könnt euch alle mal davor stellen. Wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr mich gerne auf Instagram und Discord noch anschreiben. Können wir noch ein bisschen chatten. und da vor die Silage bitte, oder für das Gehäckselte danke, und ja ich muss sagen, es war ein toller Livestream, es war nicht viel los, aber die treue Community, wirklich schon lange Abonnenten sind, die waren heute alle, fast alle wieder mit dabei, das hat mich sehr gefreut, und ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Samstag, ob ich jetzt morgen oder übermorgen live komme, bleibt abzuwarten Leute, müssen wir mal gucken natürlich geht ein Gruß raus an alle, die mitgespielt haben, vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Abos, für die Likes, und natürlich für euren abnormal krassen heutigen Support schon wieder, wir sind bei 82%, wie gesagt, die erste, übrigens hier alle, die waren Western, haben Vorbilder, die die keinen anhaben, ähm die erste OP ist rum, hat sie gut überstanden, es geht ihr soweit gut, ein Teil der Schmerzen sind weg, ne, es werden ja immer so Region für Region behandelt, und die erste Region ist da auf jeden Fall schon mal durch, es gibt bis zu drei oder auch vier, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird, äh, in vier bis sechs Waren ist die zweite OP, da kriegt sie dann Bescheid, ob noch eine dritte her muss, man muss es halt komplett entfernen, damit es nie wieder zurückkommt, vielen Dank, äh, an die, die es möglich gemacht haben, Leute, also, mega großes Dankeschön, klar, ist ja ne Warenweste, ade, du hast ja, Göschen, du hast ja diese Reflektor-Streifen, es hat mir mega viel Spaß gemacht, es war ein richtig toller Livestream, und vielen Dank wirklich für euren Support, es war richtig geil, Leute, es war wirklich geil, und der Support war, mega geil von euch heute wieder, natürlich hoffe ich auf weitere Livestreams, und, äh, würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder mit dabei seid, und, äh, ansonsten, wie gesagt, genießt jetzt heute noch den Samstag, ich werde jetzt erstmal, wie gesagt, mit meinem Hund spazieren gehen, und dann, muss ich mal schauen, was ich machen werde, ähm, mal gucken, ich, ich, ich weiß noch nicht genau, äh, vielleicht mal was Fernsehen gucken, oder so, mal schauen, äh, Heyday muss ich spielen, danke, Leute, wirklich toller Livestream, wir sehen uns in den nächsten, ich versuche jetzt einfach nochmal die Krillits, ich glaube aber nicht, dass sie gehen werden, weil ich glaube, dass die immer noch nicht so wollen, wie ich eigentlich will, finde ich ein bisschen doof, dass das nicht funktioniert, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber wir schauen einfach mal, entweder sie funktionieren, oder sie funktionieren nicht, ansonsten, Leute, fühlt euch alle von mir gedrückt, vielen Dank für jeglichen Support, die ganzen Gifte, Zaps, die rausgehauen wurden, ihr seid der absolute Wahnsinn, Leute, vielen Dank dafür, schönen Samstag, bis zum nächsten Livestream, macht's gut, tschüdelü, und tschüß, Musik 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 Musik